Ich frage meine Frau manchmal, ob ich schon erwachsen bin mit 36 und zwei Kindern und irgendwie so vielen Firmen oder was heißt so vielen Firmen, aber mit den Dingen, die man da so getan hat. Manchmal denke ich, ich bin 16 und manchmal fühle ich mich auch schon wie 60. Nachts, wenn ich dann dem Kleinen manchmal die Flasche gebe und drei, dann gucke ich halt aufs Handy, weil ich dann eh nicht sofort wieder einschlafen kann und dann sehe ich, oh, fünf Nachrichten, drei E-Mails, die werden in der Nacht sofort beantwortet, fertig aus. Da habe ich auch schon ein paar Mal so die Resonanz gekriegt, sag mal, wann pennst du mal? Aber ich bin ja eh gerade wach, dann kann ich auch kurz die drei WhatsApp Nachrichten noch beantworten. Ich wünsche mir tatsächlich für Hip-Hop, dass wir noch mehr zusammenwachsen, noch mehr zusammenhalten und der Gesellschaft noch mehr in den Hintern treten tatsächlich und einfach noch mehr in den Spiegel sind und immer weiter verwurzelt werden in dieser Gesellschaft. Das wünsche ich mir und ich glaube, das wird aber auch passieren. Thema Takt ist zurück. Mein Plan war ja eigentlich mehrere Folgen zur Corona-Krise zu veröffentlichen. In der letzten Folge, die vor zwei Monaten rauskam, erzählen mehr als 30 Leute aus der Musikindustrie, wie sich die Krise auf ihren Job ausgewirkt hat. Und ich will ehrlich sein, diese Folge war viel anstrengender zu produzieren, als ich dachte und hätte ich mehr Folgen wie diese gemacht, hätte mich das wahrscheinlich einfach erschlagen. Außerdem habe ich mich in den vergangenen zwei Monaten auf französischsprachigen Rap konzentriert, meinen ersten zwei Artikel für hiphop.de geschrieben und meine Sendung Leur du Rap gestartet. Die könnt ihr immer montags von 20 bis 21 Uhr bei Say Say Radio hören. Aber nicht nur da konntet ihr mich hören, sondern auch erstmals als Nachrichtensprecher für Radio Fritz. Also arbeitsmäßig lief's, emotional war und ist es aber auch für mich eine fordernde Zeit. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass mein heutiger Gast Patrick Thiede auf mich zugekommen ist, beziehungsweise hat mich das erste Mal überhaupt eine Promoterin per Mail gefragt, ob ich eine Musik-Business-Person interviewen möchte. Normalerweise geht's da immer um KünstlerInnen. Der Grund? Patrick Thiede ist seit Mai General Manager beim Universal Label Chapter One. Sein Weg dorthin war lang und weil wir im Gespräch etwas hin und her springen, will ich euch hier schon mal grob seine Arbeitsstation aufzählen, dann könnt ihr einfach besser im Gespräch folgen. Also Patrick ist Diplompädagoge und hat von 2007 bis 2014 in sozialen Einrichtungen gearbeitet. Wenn ihr mehr über diese Arbeit wissen wollt, empfehle ich euch den Podcast Queraussteiger. Da war er vorher zu Gast. Von 2007 bis 2012 war Patrick dann parallel Bandmitglied von Hammer & Circle und hat die Band selbst gemanagt und irgendwann gemerkt, dass ihm das Managen mehr begeistert, als selbst Musik zu machen. Zwei Jahre lang hat er dann bei der Agentur Machete unter anderem Karate Andi und dem Producer Seven Inch gemanagt. Anschließend, 2014, seine eigene Management-Agentur namens Dufte Art Management gegründet. Ich hoffe, ihr kommt noch mit, weil es geht spannend weiter. 2015, also vor fünf Jahren, ist er nämlich als Label-Head beim Label auf keinen Fall gestartet. Darüber veröffentlichten damals unter anderem Capital Bra, 3 Plus, die 187 Straßenbande und ARKE Außer Kontrolle. Den managt Patrick übrigens immer noch. Seit 2017 ist Patrick General Manager von Das Maschine, eine Agentur, die sich um alle Bereiche der Musikindustrie kümmert. Und seit 2018 ist er auch noch Chef von Walk This Way Records, über das unter anderem Finch Asozial, Syllable Spill und die Argonautics veröffentlichen. Und jetzt ist er eben Label-Chef von Chapter One. Falls ihr nochmal nachlesen wollt, findet ihr Patrick's Lebenslauf in den Shownotes und auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen. Den Thema-Takt-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr folgt und abonniert. Damit ich euch weiter Hip-Hop-Business-Interviews liefern kann, unterstützt Thema-Takt bitte unter thematakt.de slash spenden oder paypal.me slash thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Label-Chef und Manager Patrick Thiede. Viel Spaß beim Hören. Schon so lange nicht mehr gemacht, das ist schon wieder richtig aufregend hier. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen Patrick Thiede, so wirst du richtig ausgesprochen, ne? Nicht Patrick, oder ist es egal? Also mir persönlich ist es eigentlich egal, meine Eltern haben sich Patrick gedacht. Okay, und was sagst du deinen Eltern, wenn du denen erklären möchtest, was du beruflich machst? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, meine Eltern versuchen das regelmäßig zu verstehen, aber das ist nicht möglich. Irgendwas mit Musik ist es dann, glaube ich, in ihrer Welt. Und in unserer Expertenwelt, wie würdest du es erklären? Kann ich auch nicht bezeichnen, tatsächlich. Also ich glaube, für manche bin ich ja dann irgendwie ein Manager, aber das ist so inhaltlich nicht korrekt. Warum nicht? Na, weil ich, also stand jetzt, außer für Acker, außer Kontrolle, keine klassischen Management-Mandate habe und mache, als Person sozusagen. Innerhalb unserer Firma haben wir natürlich schon Management-Themen. Weiß nicht, ich würde mich als Musik-Heinrich bezeichnen, so, keine Ahnung, das ist so von Verlagsarbeit ein Stück weit hin zu ganz viel Vertriebs- und Label-Arbeit. Es ist das, was ich tue. Die offizielle Bezeichnung ist bei Chapter One General Manager und bei, mit meiner eigenen Firma, das Maschine, halt auch General Manager. Aber ich finde immer diese, aus meiner Sicht, neumodischen Bezeichnungen, weißt du, was sagt das schon? Also, keine Ahnung. Also, für dich könnte es auch Chapter One Musik-Heinrich heißen. Ja, total. Also, weißt du, was ändert diese Bezeichnung an dem Know-how und an der Erfahrung? Also, entscheidend ist ja die Person dahinter. Also, ich finde auch, rein theoretisch muss es auch nicht, dass Maschine bei uns in der Firma heißen oder Chapter One bei Universal, sondern es könnte auch Books to Hulu Records heißen, weil am Ende steht und fällt das immer, glaube ich, mit den Leuten dahinter. Gut, aber die Geschichte und die Menschen dahinter, die Identifikation, die hängt ja nun mal auch von den Namen ab. Insofern wäre es schon wahrscheinlich eine schlechte Idee, jetzt auf Books to Hulu Records zu gehen. Außer, dass es jetzt geplant und das können wir schon mal leaken, dass Chapter One bald so heißen wird. Nein. Genau, du bist jetzt gerade bei Chapter One eingestiegen. Damit würde ich auch tatsächlich einsteigen. Bekannt ist wahrscheinlich dem meisten Ramin Bozog Zadeh. Der war da lange, sogar fünf Jahre am Start und ist im Herbst 2019 gegangen. Und dann hat Annika Kran ihn kurzzeitig abgelöst. Und jetzt bist du quasi in diese Rolle geschlüpft. Ja, also Annika hat quasi die Leitung übernommen und ist da auch immer nach wie vor noch in einer leitenden Position, was ich auch finde, das ganz wichtig ist, weil A hat sie das mega gut gemacht und macht das auch immer noch mega gut. Und sie kennt halt das Haus Universal wie ihre Westentasche und das ganze Team sozusagen. Also es war mir auch wichtig, da jetzt nicht hinzukommen und zu sagen, oh ja, jetzt hier ist der Neue und jetzt bin ich mich wie die Achse im Weide, sondern mir ist es sehr wichtig, dass das Team, was ich mitgebracht habe und das Team, was schon bestehend ist, sehr schnell zusammenwächst. Und in dem Prozess sind wir auch noch. Und das fühlt sich aber, glaube ich, für alle Beteiligten soweit sehr gut an. Und genau, den meisten ist Chapter One ein Begriff mit Ramin, der das, soweit ich weiß, auch mit initiiert hat. Oder an sich ist Chapter One eine klassische Universal Marke. Das, glaube ich, vergessen einige oder war vielen über die Jahre hinweg gar nicht so bewusst. Also es ist nicht irgendwie aufgekauft worden, sondern es ist da entstanden. Nein, genau. Das ist aber am Ende das Chapter One genauso wie Urban und Vertico und Virgin und so weiter und so fort eine Universal Marke, die Ramin geleitet hat und die ich offiziell seit dem 1. Mai leite. Also jetzt noch nicht so lange und auch gerade in der Corona-Zeit. Deswegen kannst du wahrscheinlich noch gar nicht sagen, wie das irgendwann mal aussehen wird. Aber wie ist denn momentan da deine Arbeit? Also im Moment ist es noch viel am, bin ich viel am Strukturieren, am Überblick verschaffen sozusagen und gleichzeitig aber auch schon am Ausrichten für die Zukunft. Also wir sind an diversen neuen Künstlern und Labels dran, um die für ihre Zukunft zu begleiten. Ich denke, da werden wir auch in naher Zukunft die ersten Neu-Signings bekannt geben für Chapter One. Ja, ansonsten ist es halt so, dass aufgrund von Corona der klassische Büroalltag im Hause Universal so nach und nach erst anfängt. So ab Juni gibt es Schichtdienst und so weiter und so fort. Da sind die Teams dann unterteilt, damit nicht das ganze Haus vollbelegt ist, falls dann doch mal irgendwie nochmal was wäre. Aufgrund der zwei Kids, die ich wiederum aber zu Hause habe, ist für mich relativ normal Büroalltag. Ich fahre einfach in unser Büro, ins Das-Maschine-Büro sozusagen und bin da ab von früh bis abends da sozusagen nach dem Homeschooling. Und du hast schon vorher am Telefon erzählt, dass du momentan dann irgendwie Zoom-Konferenzen mit bis zu 40 Leuten hast. Da hätte ich auch nie gedacht, dass es so viele sind. Also ich dachte vielleicht mit sechs, acht Leuten, die sich dann um Label-Themen kümmern. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Sind da alle Menschen, die auch nur ganz, ganz grob an einem Thema, also sprich KünstlerInnen beteiligt sind? Nee, also das mit der ganz großen Anzahl sind tatsächlich dann mit den dementsprechenden Leuten aus allen Labels von Universal und noch weiteren Kollegen von digitalen Prozessen und physischen Leuten, die dann nur für physische Produkte da sind und so weiter und so fort. Das gibt es einmal in der Woche, wo wir uns da dementsprechend updaten und Überneuerungen im Musikmarkt unterhalten. Und wie kann ich mir das nochmal zu diesen Meeting-Kulturen, kann ich mir das vorstellen? Also gibt es da immer eine Agenda, die eine Person dann vorbereitet und dann spricht Person A, Person B und also quasi immer der Experte für den jeweiligen Bereich und dann ist das so ein Update? So erfahre ich es bis jetzt sozusagen. Ich habe natürlich keinen Vergleich, wie es ohne diese Zoom-Kult ist und wie es in physischer Natur wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Meeting-Raum gibt, wo 35 oder 40 Menschen gleichzeitig sitzen können. Hallo Katze. Das ist für mich tatsächlich eine Umstellung, weil wenn man so selbstständig ist und eine Indie-Bude hat, musst du natürlich dich nicht ganz so viel abstimmen, logischerweise. Also die Prozesse sind einfach anders und die Meetings, die ich dann habe, sind halt viel mehr dann mit Management oder anderen Künstlern gewesen und vielleicht mal bei uns im kleinen Team. Aber diese Meeting-Kultur kontinuierlich, wie es jetzt im Hause Universal ist, also Dienstag ist tatsächlich so mein Tag wie früher in der Schule, wo man dann irgendwie achte, neunte Stunde hatte. Weil Dienstag ist so durchgetaktet mit Meetings und auch sehr engmaschig. Aber das ist dann auch okay, daran muss man sich gewöhnen und dann muss man, glaube ich, nur schauen, wie man seinen Workflow anders verlagert. Also am Dienstag zwischen spontaner Telefonate, das ist dann relativ schwierig, tatsächlich. Und wie sind denn grob deine Ziele? Also wenn ich mir vorstelle, okay, da hältst du dich jetzt und es geht darum, irgendwie Leute zu signen und so. Aber was ist denn der grobe Plan, um jetzt irgendwie ganz klare Zahlen zu nennen? Was ist das große Ziel für dich in deiner Position? Naja, das ist eine super gute Frage, die ich dir so gar nicht so schnell beantworten kann, weil beruflich höher geht es ja im Hause Chapter One ja quasi nicht mehr. Da hat er da schon die Leitung. Also dein Ziel ist es einfach, die Macht zu behalten, wie bei House of Cards. Nee, das ist, grundsätzlich umtreibt mich immer ein sportlicher Antrieb sozusagen, ja. Und mein Ziel ist es schon, mit Chapter One da jetzt erstmal selber Fuß zu fassen und aus der Indikultur das mitzunehmen und das jetzt auch in eine Major-Kultur irgendwie mit einzupflanzen oder daraus eine Hybrid zu schaffen und irgendwie das Beste aus beiden Welten zu verbinden, glaube ich, um dann natürlich auch so erfolgreich wie möglich damit zu sein. Und das ist zum einen zahlengetrieben und zum anderen natürlich auch kulturgetrieben. Das ist, glaube ich, das, was uns auch als Firma bis dato immer ausgezeichnet hat, dass wir neben einer Kadea Krasowice, der wir bei der Albumveröffentlichung geholfen haben, gleichzeitig dann aber auch so Künstler haben wie die Argonautics. Und da geht es ja irgendwie immer um eine Balance und um Gleichgewicht und das möchte ich bei Chapter One auch schaffen, also was für die Kultur Wichtiges ist. Und gleichzeitig muss man natürlich aber auch schauen, dass man die dementsprechenden Zahlen erreicht. Im besten Fall schaffst du das halt mit was kulturellen Wertvollem, wobei man sich darüber natürlich auch streiten kann. Ich frage jetzt auch mal nicht, wen du mit was meinst. Wer richtet über irgendwas, was für die Kultur wertvoll ist sozusagen? Das ist sowieso total subjektiv. Aber das, glaube ich, jetzt erst mal das Ziel. Und was das Ziel ist in zehn Jahren oder in 15 Jahren, kann ich dir gar nicht sagen. Weil wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, was ich in zehn Jahren mache, hätte ich niemals dir diese Antwort geben können, was ich jetzt tue. Das wäre Absurdum gewesen. So, weißt du, 2010 hätte ich gedacht, geil, ich will mal irgendwann im sozialen Bereich die Karriereleiter hochlaufen. Und so, dass auch wenn man irgendwie sich gewünscht oder geträumt hat, in der Musikbranche Fuß zu fassen. Aber das hätte ich dir auf jeden Fall einen Vogel gezeigt, wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest. Du kommst nämlich aus dem pädagogischen Bereich, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Aber nochmal zu den Erfolgen. Da geht es dann jetzt rein um Einheiten, also um Musikkonsum. Oder zählt auch sowas wie, wie erfolgreich ist eine Person, die bei Chapter One gesigned ist im Live-Bereich? Naja, dadurch, dass es jetzt erstmal ein klassisches Vertriebslabel und Label ist, interessiert der Live-Bereich weniger. Es sei denn, du hast möglicherweise eine Passivbeteiligung, solche Verträge gibt es ja. Dann interessiert es dich schon, aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal für die Marke Chapter One sekundär wichtig, glaube ich. Vielleicht kannst du nochmal Passivbeteiligung erklären? Ja, Passivbeteiligung heißt, also es gibt eine Aktivbeteiligung, das heißt, du hast aktiv die Live-Rechte und bist dann halt auch der Booker oder vermittelt das zumindest am Booker. Und Passivbeteiligung heißt halt einfach, weil du ja die Marke des Künstlers mit aufbaust, dass du einen gewissen Prozentsatz oder irgendeinen Share von denen sein Live-Einnahmen hast. Da gibt es aber unterschiedliche Modelle von wirklich Ticketbeteiligung über prozentuale Beteiligung und so weiter und so fort. Im Musikwoche-Bericht heißt es auch ganz pompös, Tide berichtet in seiner neuen Rolle direkt an Tom Bohne, das ist der President Music Domestic. Domestic heißt eben Deutschland, Universal Music Deutschland, also quasi der Chef von Universal Music Deutschland kann man sagen. Und wie fühlt sich das an? Das ist witzig, dass du sagst, dass es pompös ist. Ich weiß gar nicht, ob es so pompös ist, aber du, mit Tom haben wir ja, wir haben ja mit Universal eine gewisse Historie. Wir haben ja mit dem Label AKF schon über Universal veröffentlicht. Die waren damals der Vertrieb. Deswegen kennen wir Tom und ich kenne Tom schon eine ganze Weile. Also es ist alles in einer Form, in einer gewissen Ehre für mich auch natürlich. Und ich gehe da mit sehr großem Respekt dran. Aber das ist, das klingt jetzt, ich finde pompös ist es halt nicht. Ja, also das ist so, könnte jetzt auch irgendjemand anderem berichten. Aber Tom ist in dem Fall ganz klarer Vorgesetzter so und ja, da wird halt dran berichtet. Ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Labels bei Universal ist. Die werden ja auch direkt an Tom berichten müssen. Also das ist wahrscheinlich dann einfach auch ein gewisses Standardprozedere, wenn du die Leitung von einer Unit hast. Ich glaube, das ist halt eine Person, die man so ein bisschen kennt. Megalore erwähnt ihn zum Beispiel mal in den Text oder so. Und es ist halt so ein bisschen diese mysteriöse Figur, wo ich auch lange gar nicht wusste, wer ist denn das? Er sagt irgendwie, hol mal Tom Bohnen ans Telefon oder so. Deswegen fand ich es lustig, ihn dann da auch mal in so einem Text dann wieder zu entdecken. Ja, okay. Ja, nur am Ende ist er halt quasi der Chef und hat dann den Hut auf. Und das ist absoluter Wahnsinn, wie dieser Mann alles auf dem Schirm hat, genreübergreifend. Und da hatte ich schon großen Respekt vor. Also das so zu schaffen, aber gut, irgendwas muss ja auch dazugehören. Sonst würdest du das nicht tun und diese Leitung so haben für so einen großen Laden und für so viel. Das ist ja auch ein Riesenbudgetverantwortung quasi. Und das finde ich schon wahnsinnig. Also das ist tatsächlich was, wo ich finde, das kann ein mögliches Ziel sein. Also jetzt gar nicht jetzt auf seinem Platz zu sitzen, aber nee, ich meine eher tatsächlich inhaltlich. Also ich finde das total bereichernd an unserem Job täglich quasi eigentlich neue Sachen zu lernen. Und wenn man dann jemanden sieht, der so viel Ahnung hat, so viel detailliertes Wissen, Background-Erfahrung hat, Gespür hat, alles Mögliche. Also einfach sich da hinzusetzen und das auch ein Stück weit mit zu beobachten und zu schauen, wieso jemand das tut und umsetzt, das finde ich dann schon wahnsinnig ein Stück weit auch inspirierend. Und das ist ein Ziel, einfach immer besser zu werden, so anhand von jemandem wie Tom. Da gibt es auch wahrscheinlich viele andere Beispiele. Also hatte ja vorhin im Vorgespräch ja auch jemanden wie Ralf Gotthoff gesagt, Götz Gottschalk, das sind Menschen, mit denen ich unfassbar gerne zuhöre, weil sie so viel Erfahrung haben, so viel Wissen haben, wo ich mir persönlich aus fast jedem Gespräch immer was mitnehmen kann. Und wie hat sich deine Arbeitsweise so in den letzten zehn Jahren verändert? Wo würdest du sagen, das waren auf jeden Fall Eckpfeiler des Lernens? Boah, jeden Tag lernt man was so und es gibt immer mal lehrreichere Momente. Was krass ist und das ist ein Learning auf jeden Fall, ist, dass mein Leben hat an Geschwindigkeit unfassbar zugenommen. Deswegen fällt es mir dann auch schwer, gewisse Eckpfeiler zu nennen eigentlich, weil gar nicht so richtig die Zeit da ist, richtig Revue passieren zu lassen. Also man sprintet so gefühlt von einem Moment zum anderen und kann den gar nicht so richtig aufsaugen, positiv wie negativ und dementsprechend auch gar nicht möglicherweise richtig verarbeiten. Und deswegen kann ich dir solche Eckpfeiler gar nicht sagen. Großer Eckpfeiler für mich hat sich verändert, auf jeden Fall als mein jetziger Geschäftspartner, das war ja damals auch noch nicht abzusehen, im September 14 auf mich zukam und wir beschlossen hatten quasi gewisse Dinge einfach gemeinsam zu tun. Und daraus sich so ein Label entwickelt hat, das AKF hieß und wir darüber den Künstler veröffentlicht haben und die auch begleitet haben in ihren Karrieren und egal ob es da zu dem Zeitpunkt die 187 Straßenbande war, Kapital Bra später, Arkhauser Kontrolle und so weiter und so fort. Oder auch jemand wie 3 Plus. Das war so ein Kernmoment Ende 14. Da wusste man ja auch gar nicht, wo man da rein stolperte. Muss man ja auch mal sagen. Darauf komme ich noch später zu sprechen, aber erstmal noch, ist es dir zu schnell? Nee, sonst könnte ich ja auch das Ganze ablegen. Ich bin ja über 18 Jahre und irgendwie Herr meiner Sinne und könnte ja, wenn es jetzt total zu schnell wäre, einfach eine Pause oder einen Stopp oder eine Langsamtaste drücken. Das tue ich ja nicht. Also man geht ja irgendwie das Tempo mit. Ob das jetzt für immer die nächsten 10, 15, 20 Jahre noch so weitergehen muss, weiß ich nicht. Ja, das wird man sehen. Es gibt mit Sicherheit immer mal Phasen und Momente, wo man sich nach einem langsamen Tempo sehnt, aber dann auch wieder merkt, ey, wenn du das machst, dann ist wieder die innere Unruhe möglicherweise, um das Menschen einen überholen. Oder dass man auch, ja, einfach unnötige Zeit verliert. Also ein schmaler Grat, den man da irgendwie versucht, in dem Tempo langzugehen auf irgendeinem Drahtseilakt. Frage ist auch, wie überholen einen Menschen? Woran misst man das? Total. Also das, ähm, absolut. Ja, woran misst man das? Also ich glaube, für mich ist, da sind wir bei dem sportlichen Antrieb, ne? Ich hab, ähm, ich hab immer das Gefühl, mir selber Dinge beweisen zu müssen, sozusagen. Und, ähm, ich meine, mein allererster Künstler damals war Karate Andi, den ich gemanagt hab. Den hatte ich dann auch, die erste Platte haben wir damals selber rausgebracht. Und dann haben wir es auch, hab ich ihn bis zu Selfmade begleitet, sozusagen. Und dann war schon der Ansporn danach, ey, alles klar, das, mir selber zu beweisen, das war jetzt kein Glückstreffer. So, das ist, ähm, hat was mit Gespür und mit harter Arbeit zu tun und mit, mit vielen anderen Prozessen. Und, ähm, das, das ist es immer weiter, sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund der Herausforderung bei Chapter One. So, ne? Also, können sich jetzt auch die Frage stellen, warum ich das überhaupt mache. So, weil unsere eigene Firma läuft gut, wir haben gute Künstler, ähm, aber das ist einfach wieder eine weitere Herausforderung. So, und, ähm, ich glaube, das treibt mich sehr an. Du kannst ja vielleicht nochmal zu deinen anderen, also, das ist, äh, die, bist derzeit noch aktiv, auch eben General Manager, ähm, eben von das Maschine und, aber auch gleichzeitig noch von dem Label Walk This Way Record. Naja, das Maschine funktioniert quasi, ich sag jetzt mal, wie so ein Mini-Universal. Das Maschine ist die Dachmarke und darunter gibt's verschiedene Abteilungen, Firmen, Labels, so, und wir haben, wir haben Musikverlag, ähm, wir haben ein klassisches Management-Abteilung oder Artist-Service, wo wir Künstler managen oder auch deren Labels begleiten. Wir haben ein Elektro-Label, so, wir haben das Hip-Hop-Label Walk This Way, so, das fällt unter dieser Dachmarke, das Maschine, so, und, ähm, Walk This Way, ähm, habe ich dann halt quasi zusätzlich, bin ich hauptverantwortlich einfach. Wir haben noch Merchandise und sind auch noch ein bisschen im Live-Sektor tätig, so. Das ist das Gute bei uns, wir sind extremst breit aufgestellt, deswegen hat man bei uns, wenn man bei uns arbeitet zum Beispiel, erlangt man relativ schnell ein gutes Allgemeinwissen für die Musikbranche. Also, weil man einfach in alle Bereiche reinschnuppert und ich hab halt, wie gesagt, was den urbanen Sektor angeht, den Hut auf mit Walk This Way. Aber ist es nicht, äh, irgendwie, ähm, ein Teil von Chapter One oder sowas, sondern ist noch von sich alleine oder nimmt man das quasi mit? Wir haben das, das Label jetzt an Chapter One angedockt, sozusagen, ja, das war vorher bei der Warner, äh, oder wir haben das vorher zusammen mit der Warner gemacht, das ist schon unsere Marke, unser Label, genauso wie andere Labels dann bei, bei Majors angedockt sind, so sind wir das dann halt auch. Das bezieht sich dann aber auf den Vertrieb oder worauf noch? Das bezieht sich in erster Linie auf den Vertrieb, ähm, wir haben da mit Universal quasi schon ein bisschen mehr, ähm, Kooperation zu dem Label, aber, ähm, ja, das ist, in erster Linie, das ist der Vertrieb, genau. Bei das Maschine bist du aber jetzt ein bisschen weniger am Start, dadurch, dass du jetzt den Chapter One Job angedockt hast. Ja, total, also, ähm, ich bin so aus, aus diesen ganz alltäglichen Prozessen ein Stück weit raus, so, und, ähm, natürlich alles, was, was die groben strategischen Dinge angeht, ähm, da spreche ich mich regelmäßig mit meinen, beiden Geschäftspartnern Axel und Nico ab, klar. Das sind, weil ich hast ja auch notiert, ich bin, ja, ihr Streber, ähm, aber ich hab's, äh, find's gerade nicht. Sagst du noch mal die, die Nachnamen von beiden? Ja, also, einmal Axel Erlau und Nico Mecklenburg, ne, also, für mich absolute Koryphäen in dieser Branche. Ey, auch von denen hab ich unfassbar viel gelernt, also, Nico kam, wie gesagt, Ende 14 damals auf mich zu, und, ähm, der, der hat da irgendwie mitbekommen, dass ich das so Management-seitig tue, was ich da schon nebenbei, neben meiner Sozialarbeit, äh, Tätigkeit quasi getan hab, so, und die mich halt, wie gesagt, Karate an die gemacht hat, er hat damals noch zwei, drei weitere Künstler und Produzenten. Da kam Nico damals auf mich zu, und, und, äh, wir haben dann daraus beschlossen, wie gesagt, äh, ein Label damals zu gründen, so, genau. Und das war dann Walk the Railroad? Nee, das war, das war, das war AKF, jetzt kommt man total durcheinander, nein, das war, äh, das Label AKF, was wir quasi 2015 gegründet hatten, oder Anfang 2015 gegründet haben, worüber wir 187 Straßenbande, Kapital, AK außer Kontrolle, 3+, Tamasch, unter anderem veröffentlicht haben, so, und die da begleitet haben, so. Ähm, Hintergrund ist aber, dass einfach unvorstellbar, ähm, dass, äh, Nico hatte damals das Management-Mandat von, von Jusses und Bones, und heutzutage tatsächlich unvorstellbar, aber 2014 wollte kein Mensch die unter Vertrag nehmen. Die hatten Angst oder haben es nicht gesehen. Und, ähm, das war damals der Grund, warum man denn gesagt hätte, komm, wir, wir, ähm, machen es irgendwie selber. Management-Mandat habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Warum? Weiß ich nicht, irgendwie, äh, das habe ich bis jetzt immer nur im politischen oder, ich glaube, auch im, ähm, Anwaltskontext gehört. Ja. Aber tatsächlich noch nie, dass, dass man so Mandate, ist das einfach ein Vertrag oder kann man sich mir das anders vorstellen? Nö, das ist ein Vertrag. Ja. Aber ich glaube, das ist schon, äh, der richtige Begriff dafür. Also, ja. Ja, ich wollte nur mal wissen, ob es da irgendwie, ähm, also, teilt man sich das oder kann man da, also, weil oftmals ist ja irgendwie die Rede von drei Mandate haben, aber das ist schon so, einer hat das Mandat. Ja, oder die Firma hat das, das Mandat sozusagen, ne. Okay. Ja, grundsätzlich ist so ein Management natürlich unfassbar, ähm, gefühlt super undankbar. Also, weil du bist der Erste in der Front und der Letzte, der bezahlt wird. Das hat dann auch dazu geführt, ähm, dass, dass wir irgendwann ein bisschen auch im Zuge der ganzen Digitalisierung, weil du machst als Management dann eh mehr, als du müsstest sozusagen, ne, weil zumindest war das unsere Erfahrung, Labels dann ein Stück weit langsamer waren, äh, als wir es wollten sozusagen als Management. oder für die Künstler. Das hat dann schon dazu geführt, dass wir im Laufe der Jahre immer mehr Sachen selber gemacht haben. Und tatsächlich ist, als sich die Firma das Maschine von klassischen Managementfirmen hin zu, zu eigentlich irgendwie allem und Partner für einen Künstler, äh, entwickelt, ähm, was dazu führt, dass der Künstler eigentlich mehr oder weniger sich wie so ein Baukastensystem, sich das bei uns auch suchen kann, wie viel Service er braucht und möchte. Und, ähm, wir empfehlen dann oft natürlich auch Dinge, wo wir glauben, was am sinnvollsten ist, so, und, ähm, da haben wir zum Glück mittlerweile sehr, sehr viel Know-how und Erfahrung gesammelt, dass wir halt auch rein theoretisch alles abdecken könnten, aber nicht müssen, so für einen Künstler, ne, und, ähm, da einfach super schnelle Wege gehen können, so. Kann ich als Künstler mich einfach an euch, äh, wenden und, äh, Services buchen? Auf gar keinen Fall. Okay. Nein, das ist, die Frage kriege ich regelmäßig und das ist jetzt nicht so ein Prinzip mit, wir nehmen alles, was, was geht, so, ne, also, wir selber müssen dafür irgendwie einen Zugang natürlich auch haben und eine Vision möglicherweise haben, ähm, und das muss dann schon auch passen, also, dass jetzt nicht einfach von, von jedem, der Musik macht, einfach buchbar, so wie du sagst, sondern, ähm, wir müssen da was sehen drinnen und, und, ähm, der Künstler muss natürlich in uns auch, auch einen guten Partner sehen. Also, das heißt, es, ähm, läuft dann wahrscheinlich auch erst nach persönlichem Meeting und sowas? Ja, ja, total, so, absolut, also, am Ende läuft das relativ klassisch natürlich, dass, ähm, entweder durch Weiterempfehlungen oder durch, durch Zahlen getrieben, indem man natürlich einfach hier und da schaut, wo, wie, was, ähm, geht, ne, und, ähm, dann, man mit den Leuten spricht, anfängt zu sprechen. Und ihr habt, äh, derzeit so 40 Mitarbeiter sogar, ne? All over, ja. Also, wenn man alle Abteilungen und Dinge zusammenzieht, dann, ähm, sind, also mit Merchandise-Bude und so weiter und so fort sind wir knapp 40 Leute. Auch fest oder mehr frei? Äh, nee, das sind dann schon, äh, feste Leute. Was schon, schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Wie viele KünstlerInnen betreut ihr da ungefähr? Boah, witzigerweise hat mir heute auch schon mal jemand die Frage gestellt und die Frage kann ich dir so gar nicht beantworten. Also, weil nur bei Walks This Way ist natürlich, wo trennst du es, ne? Wenn ich jetzt die, wir haben zum Beispiel, machen die einen Vertriebsservice für die AOB-Jungs. Haben ja Brothers. Genau, an sich ein Act, aber mit fünf, sechs Solo-Acts, so, ne? Wie soll ich denn das erzählen? Sind das denn sieben insgesamt? So, kann ich dir nicht sagen. Also, es sind einige Künstler, so, ähm, und, äh, oder bei der Elektro-Bude, ne? Wo dann teilweise nur Booking gemacht wird, ey, da weiß ich das gar nicht. So, das ist so, weil es einfach nicht über meinen Tisch läuft. Aber das sind einige und, und, ähm, wir haben, glaube ich, echt eine gute Balance zwischen, zwischen großen Acts und, und, und einfach, äh, auch kleineren Acts, so, ne? Und da ist für jeden was dabei. Und irgendwie schaffen wir es auch jedes Jahr immer wieder was Neues, ähm, mit zu begleiten und mit, mit zu entwickeln. Also, ich meine, am Ende des Tages ist es oft natürlich total künstlergetrieben. So, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also, ich habe jetzt keinen roten Knopf, wo ich einfach, äh, sagen kann, ey, deine Nase gefällt mir, irgendwie, du kannst gut rappen, da drücke ich mal auf den roten Knopf und du bist morgen Superstar. Das ist Quatsch. So, genauso gut habe ich aber auch keinen blauen Knopf, um eine Karriere zu zerstören. Also, das ist so, ähm, ein bisschen, bisschen Mumpitz und Irrglaube manchmal, dass, äh, gewisse Leute in der Musikindustrie so machtvoll sind, dass alles Quatsch. Am Ende ist das viel harte Arbeit und viel Gespür und, und akribische Arbeit, ne? Das ist, ähm, unromantischer, glaube ich, manchmal, als man es sich vorstellt. Was ist denn dein Liebling, der Lieblingsteil an deinem Job? Oder an deinen Jobs, muss man ja eigentlich sagen. Ja, ich glaube das alles. Also, das ist so, mein Lieblingsteil ist eigentlich der Moment, kurz bevor man merkt, ähm, oder wenn man merkt, äh, dass etwas kurz vorm möglichen Durchbruch ist. So, also, der Durchbruch selbst ist es denn gar nicht und die ganz großen Erfolge einzuheimsen ist es auch nicht, sondern es ist so, dieser, dieser Moment, dieser Nervenkitzel, ähm, kurz davor. So, das, das mag ich sehr und ansonsten tatsächlich immer wieder dieses, hab's jetzt schon ein, zwei Mal ja in diesem Podcast betont, dieser sportliche Antrieb, immer wieder Sachen neu zu beweisen, so, ne? Also, das mag ich extrem sehr. Extrem sehr. Also, sehr, sehr. Sehr, sehr. Aber extrem sehr ist wahrscheinlich auch so völlig falsches Deutsch. Naja, gut. Das Maschine ist auch falsch, falls dir das noch nie mal gesagt hat. Stimmt. Naja, gut. Aber das, äh, ja. Du, das waren, glaube ich, bei meinen Geschäftspartner zu viel Gin Tonic. Und, nee, wir wollten halt einfach klassisch deutschen Namen haben und haben das dann eins zu eins aus dem Englischen übersetzt. So, 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 Maschinen. Der Gerät war schon weg. Ja, genau. Aber, äh, und diese Art, ähm, des bescheuerten Humors ist es dann halt auch irgendwie, ne? Und, ähm, wie entdeckst du Musik? Oder hast du, ich sag mal, im Laufe der, der Zeit, jetzt ist es wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr so ein großer Teil deines Jobs, die Musik zu entdecken jetzt gerade, ne? Aber so, im, wie hast du vor allem im Verlauf deiner Karriere immer Musik entdeckt und auch Künstler eine, mit denen du arbeiteten wolltest? Auch, auch total unterschiedlicher ist. Grundsätzlich bin ich, ähm, wie viele wahrscheinlich in dieser Branche ein absoluter Musik-Nerd und, und auch in irgendeiner Form Freak, so. Dank der Digitalisierung und der Streaming-Dienste kann man sich natürlich durch alles durchklickern. Und da kommt man auch manchmal vom Hundertstel ins Tausendstel. So, so passiert das bei mir auch aktuell noch, ne? Also, ich ziehe mir dann auch selbst irgendwelche amerikanischen Acts rein, die dann nur irgendwie 5000 Instagram-Follower haben, ne? Was ja, wenn du es runterbrichst in Deutschland, wäre das wahrscheinlich ein Act, der dann 150 hätte oder so. Ähm, das versuche ich mir alles reinzuziehen und im besten Fall auch zu merken. Aber, aber sind die überhaupt relevant zum Sign-In oder arbeitet ihr eh nur mit deutschsprachigen? Ne, also grundsätzlich arbeiten wir nur mit deutschsprachigen Sachen, aber da diese Kultur ja grundsätzlich erstmal aus den Staaten kommt, ist es, glaube ich, wichtig, sich viele Sachen reinzuziehen, die um Strömungen erkennbar zu machen. So, ne? Und dann vielleicht, ähm, auch schon ein halbes Jahr vorher zu wissen, wo der Sound hingehen kann. So, auch in Deutschland. Hast du ein Beispiel, wo das funktioniert hat, wo du gedacht hast, ah, okay, das habe ich genau so da irgendwie ein halbes Jahr vorher gehört? Nein, aber, also, dieses grundsätzlich, ich habe irgendwas getan oder der hat irgendwas getan, das ist, äh, das ist eines vorweg. Ich sehe das ja alles tatsächlich wirklich wie so eine gute Uhr, ne? Alles sind Zahnräder, die aneinander greifen, so. Aber bei Palmaus Plastik habe ich das schon mit erkannt, relativ zeitig sozusagen. Also, das ist also absolute wahnsinnige Platte, die die Jungs da hingezaubert haben damals und auch heutzutage noch. Es gibt ja wenig Alben, die in den letzten Jahren, glaube ich, so eine Kultur und eine Musikrichtung geprägt haben tatsächlich. Aber das war schon zu dem Zeitpunkt, ne? Da gab es so Ansätze von, von Drake und Rihanna, die sehr darnzorlig waren, so, äh, von MHT brauchen wir ja gar nicht reden, ne? Wo, ähm, wo, ähm, dann schon klar war oder mir zumindest relativ schnell klar wurde, wenn man das jetzt vernünftig anpackt, dann kann das hier knallen. Dass das dann so knallt, wie es geknallt hat. Ey, sorry, dann kann ich jetzt auch Lotto spielen gehen, das ist Quatsch, so, ne? Also das kann keiner hervorsehen, aber dass das erfolgreich wurde, das war dann, glaube ich, schon vielen klar. Und witzigerweise, ich erinnere mich, wie ich mit Ralf Kotthoff mal essen war und der dann meinte, du, Dancehall auf Deutsch, das wird doch nicht funktionieren, das ist doch Quatsch. Und ich meinte, doch, das wird, glaube ich, funktionieren. Und also, weil es die Jungs auch sind, die haben diesen Sound auch so im Blut. Und das ist so ein Beispiel, wo wir das schon früher wussten, für uns, das kann sehr erfolgreich werden. Also wir meine ich tatsächlich die Künstler, Ronny Bult, der Ralf Manager zu dem Zeitpunkt, der jetzt auch Bones managt und wir im gesamten Team wussten da schon relativ frühzeitig, dass das eine wahnsinnige Platte wird und werden kann. Und das war ja auch das einzige Mal, dass wir beide, glaube ich, irgendwie Kontakt hatten. Da hast du mir eben die Bemusterung, also eben das Album irgendwie zwei Monate oder einen Monat, bevor es dann rauskam, zum Hören gegeben. Und ich habe es auch angemacht und dachte, so geil, weil was ich vor allem lange im deutschsprachigen Rap vermisst habe, ist eben, dass es irgendwie tanzbar und feierbar ist. Das war mir ganz oft viel zu ernst, entweder halt, keine Ahnung, vielleicht auch technisch und sozialkritisch ist immer irgendwie schön, aber es ist halt nicht unbedingt was, wozu man jetzt Party machen würde. Und das habe ich gehört und dachte mir auch so, krass, also selbst wenn man natürlich sagen kann, irgendwo sind Kopien oder Anleihen drin, aber ich finde es auch per se gar nicht mehr so schlimm, also es wird ja viel verteufelt, wenn Sound auch in anderen Sprachen entsteht. Also ich höre sehr viel französischsprachigen Rap und ich finde es auch nicht schlecht, wenn deutschsprachige KünstlerInnen das übernehmen und so einen Sound machen, wie ich eben da höre, weil ich höre das vor allem dann wegen dem Sound. Naja, die Frage ist ja immer nach der, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Adaptieren, Inspirieren und Byten. Und es gibt einige Künstler, die Byten eins zu eins, da muss man sich auch fast die Frage stellen, das war früher in unserer Kultur durchaus mal verpönt. Das ist geführt, finde ich gar nicht mehr so, heutzutage interessiert es gar keinen mehr. Ja, auch durchs Internet habe ich gedacht, weil da ist eh irgendwie so Copyright, so man macht ein Foto, macht ein Google vom Konzert, was ein No-Go war. Also man macht einfach, veröffentlicht das und fertig, weißt du? Absolut möglich, so, das, ja, absolut. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das möglicherweise so zusammenhängt, ja. Aber mir ist es trotzdem wichtig, dass sowas nicht gebytet ist, so. Und die Jungs, also Raph und Bones, die haben da nichts gebytet, die haben sich inspirieren lassen und haben quasi ihre Einflüsse und, glaube ich, also nur so, wie ich es beurteilen kann, sozusagen, ihre Einflüsse und ihr Gedankengut, ihre Erfahrungen kombiniert halt mit einem sehr frischen Sound. Also da ist ja auch trotzdem was sehr Eigenes passiert. Ich glaube, nur deswegen konnte das dann halt auch so groß werden. Gehen wir doch mal auf die Zeit ein, also wie hast du die erlebt? Weil nachdem du die Mails da rausgeschickt hast und dachtest, okay, das könnte was werden und dann wurde es was und wurde krasser und immer größer, wie war das dann für dich? Also da ist der Arbeit, also ich sage mal, der Workload ist ja extrem gestiegen, wahrscheinlich tausende Anfragen, mit denen man nicht gerechnet hat, oder? Ja, wobei, also das hat sich spitzigerweise gar nicht so krass potenziert. Weil wir hatten vorher auch schon ein, zwei erfolgreiche Platten quasi veröffentlicht. Ebbe und Flut war zum Beispiel dabei schon. Ebbe und Flut, Heil und Hungrich 2, das ging eigentlich. Und dadurch, dass bei den 1,87 Jungs sowieso zu dem Zeitpunkt der Maßstab war, 99 Prozent aller Dinge ablehnen, also das war ja Copy-Paste eigentlich für mich dann in dem Fall so. Nein, danke, machen wir nicht. Ein paar Sachen hat man dann natürlich mit den Jungs besprochen und dann war es trotzdem aber so, bitte absagen. Was habt ihr zugesagt? Wie hat man das, also dass du auch gesagt hast, da schreibe ich jetzt nicht Copy-Paste-Ablehnen-Ding, sondern was waren überhaupt mögliche Faktoren, dass man es in Erwählung gezogen hätte, den Jungs mal zu sagen, hey, die haben geschrieben, seid ihr interessiert? Naja, diverse Feature-Anfragen von großen Künstlern möglicherweise oder größeren Künstlern. Das hat man natürlich logischerweise gemacht. Amsonsten war die Maßrichtung relativ klar. Also Lacoste haben wir damals zugesagt auf jeden Fall. Und du hast ja auch davor schon Ebbe und Flut begleitet und deine Idee war es auch, das ohne Promo rauszuhauen. Ja. Und hast auch manchmal ein bisschen angeraunt, deswegen, dass die Idee vielleicht auch nicht so gut war. Wie war denn diese Zeit für dich? Ey, auch absurdum eigentlich, weil man den Hype von den Jungs teilweise ja gar nicht so greifen konnte. Also, weil es halt nicht messbar war, nicht wirklich so. Also ja, da gab es natürlich schon diverse Plattenverkäufe, aber das hat ja so geprodelt. Und ich hatte damals irgendwie diesen Gedankengang, weil es zu dem Zeitpunkt ja auch in Amerika super populär war, das so zu machen, Platten ohne großartige Ankündigungen zu veröffentlichen. Gleichzeitig war es aber wichtig, und das war mein Gedanke dabei, das ins Deutsche zu übersetzen sozusagen. Damit meine ich jetzt gar nicht sprachlich, sondern eher, wie funktioniert der Deutsche als Käufer, als Fan, als Konsument. Das heißt, einfach irgendwas zu veröffentlichen, war damals zumindest mein Eindruck, dass der Deutsche Konsument extremst damit überfordert sein könnte. Also haben wir damals mit Bones zusammen besprochen, wie man das machen könnte. Und eigentlich haben wir eine ganz normale Promophase gemacht, ohne ein Album anzukündigen und einen Vorverkauf zu haben. Das heißt, die Leute wohnen mega heiß drauf, weil sie gemerkt haben, da gibt's was. Singles habt ihr veröffentlicht? Wir haben Singles veröffentlicht. Wir haben ganz normal, die Jungs haben damals ihre Videoblogs gemacht, die ja eine hohe Popularität hatten. Wir hatten dann eine sehr große deutschlandweite Plakatierung zum Beispiel gemacht, wo anstatt ein Verödertum draufstand, einfach draufstand, Album erscheint schneller, als du denkst. Und all diese Dinge haben, glaube ich, dazu beigeführt, dass er einfach gebrodet hat, weil die Leute untereinander gequatscht haben. Scheiße, wann kommt denn das jetzt so? Und alle haben Augen aufgehalten. Und ich glaube, zwei oder drei Tage vorher hatte Chissis dann angekündigt, dass es einen Mitternachtsverkauf gab in Hamburg oder geben soll. Und da waren, ich weiß nicht, wie viele Menschen, aber es waren viele. Also es waren 1.000 oder 1.500, 2.000 Leute irgendwie in dem Dreh. Hat dann Backspin, glaube ich, auch mitgefilmt und so. Ja, genau. Ist auf jeden Fall auch bis zu mir durchgedrungen. Ja, also, aber das ist ja auch dann Teil des Jobs gewesen, so eine Gedanken zu haben, die mit den Künstlern abzusprechen. Und manchmal hat man auch Gedanken, die die Künstler mega scheiße finden und dann kann man es auch nicht umsetzen. So, in dem Fall hat das gepasst, so. Auch wenn das ein paar kritische Momente im Vorfeld bestimmt mal gab, weil eben der Vorteil ist beim Vorverkauf, du kannst dich emotional darauf einstellen. Du weißt, ah, alles klar, ich habe jetzt schon so und so viele Platten im Vorverkauf. Es weiß, ich werde in den Charts auf jeden Fall so und so. Top 10, Top 10, Top 5 gehen, was auch immer. Das hast du in dem Fall ja nicht. Du hast keine Parameter, du kannst dich emotional auf nichts einstellen. Du weißt nicht, läuft es gut oder läuft es richtig scheiße. Ich glaube, das ist ganz normal menschlich, dass immer mal in so einer Phase dann auch möglicherweise man das sehr kritisch beäugt. Und ich glaube, das hat aber gut funktioniert. Damals kam am selben Tag auch der Selfmade-Templer raus. Da hat nicht viel gefehlt und das wäre auch die Eins gewesen. Das wäre natürlich die absolute Krönung gewesen, wenn da Gizze irgendwie die Eins geholt hätte. War das deine Rache dafür, dass die Karate Andi weggenommen hat? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur Beef streuen hier. Nein, gar nicht. Ich habe das Andi sehr gegönnt und gönne ihm das immer noch und der hier ist ein sehr geschätzter Kollege. Also ich habe auch vor dem sehr viel Respekt. Okay, das war jetzt 2015, glaube ich, dass rauskam Erbe und Flut, eben dann auf zwei gegangen. Und ja, ich würde auch sagen, das war schon so ein gewisser Wendepunkt, diese Zeit einfach. Einmal durch solche Aktionen und 187 wird riesig und aber auch durch den Sound von Raph & Bones, der dann halt auch extrem kopiert wurde und jetzt der Modus Mio Sound immer noch ist. Einfach also schon irgendwie, ja, krasser Einfluss einfach auf die Industrie auch. Aber wir wollen auch mal auf deinen Werdegang kommen. Jetzt sind wir schon mal so ein bisschen hin und her gehüpft, aber wir können ja vielleicht noch mal am Anfang starten. Und zwar bist du nämlich eigentlich gar nicht so in die Musik reingerutscht, sondern erst mal als Pädagoge gestartet und auch Diplom-Pädagoge dann später geworden. Und davor hast du aber schon auch gearbeitet. Genau, genau. Und parallel hatte ich zu dem Zeitpunkt, hatten wir eine eigene Band sozusagen. Hammer & Circle. Genau, Hammer & Circle hieß die. Wir hatten ein super Timing. Wir haben damals in der Winterdepression des deutschen Hip-Hops angefangen, Musik zu machen und haben im Frühjahr wieder aufgehört, wenn wir es mal so sind. Und parallel war ich, oder hauptberuflich war ich quasi Pädagoge und Sozialarbeiter, je nachdem, in welchen Trägern ich gearbeitet hatte. Und dann hatten wir unsere Band. Und daraus habe ich auch ganz viel für die spätere Arbeit quasi oder Berufung gelernt und mitgenommen. Also egal, ob das Netzwerk war, Erfahrung war und so weiter und so fort. Weil das hat sich ja bei uns auch oder bei mir total natürlich entwickelt. Wir hatten kein Management, wir hatten kein Label. Also das erste Album haben wir bei Platten bei Ost damals rausgebracht, bei Jovola. Das war eine Plattform, die der uns gegeben hat, für die ich heutzutage noch unfassbar dankbar bin. Aber wir mussten ganz viel selber machen. Es gab keine klassischen Label-Strukturen von, da gibt es drei Produktmanagement und noch den Promo-Männer. Sondern es gab diese Plattform, dieses Platten bei Ost-Label. Und da mussten wir dann auch mit der Unterstützung von Jovola und auch dem sein Netzwerk und so weiter und so fort. Aber wir mussten sehr viel alleine tun. Und daraus hat sich das dann so entwickelt, dass ich war halt der organisatorisch am weitentwickeltsten von uns dreien damals in der Band. Und wir hatten halt, wie gesagt, kein Label, kein Management. Und ich habe dann da so ein bisschen den Hut aufgehabt und so hat sich das entwickelt. Und das hat dann irgendwann so viel Spaß gemacht, trotz eines Struggles, dass ich dann schon angefangen habe mit Produzentenmanagement quasi irgendwann. Das war dann so 2011, 2012. Also so vier Jahre später. Du bist 2007 gestartet mit Hammer und Zirke, bis 2012 ging das so. Und welche Aufgaben kannst du nochmal irgendwie konkreter sagen? Also Booking und so weiter und Vertrieb und, und, und. Naja, wir haben damals, also wir hatten unser Debütalbum über so eine eigene Seite damals veröffentlicht, Release Yourself hieß das. Das hat Jovola damals initiiert. Wahnsinnige visionäre Idee damals, weil es eigentlich ein B2C-Shop sozusagen war und super frühzeitig erkannt eigentlich. Es war einfach zehn Jahre zu früh, wenn man damit wahrscheinlich die Arschbacken zusammengekniffen hätte. Und das gleichzeitig auch digital war sozusagen das, was später dann Spin-Up, Tune-Core, Weckerjet und Co. gemacht haben. So das hatte. Also das sind so Unternehmen, wo man halt relativ schnell einen Vertrieb einfach hat und lädt seine Musik hoch, die landet bei Spotify. Genau, und das hat quasi Hagen oder Jovola damals selber, weiß gar nicht, woher er diese Idee hatte, aber das hatte der halt. Hat er programmiert? Nee, dafür hatte er jemanden sozusagen und darüber haben wir damals unser erstes Album veröffentlicht. Also eigentlich wahnsinnig visionär, auch im Nachgang betrachtet so. Aber ich muss nochmal verstehen, wie genau habt ihr das über diese Seite veröffentlicht? Also das war einfach ein MP3-Download damals. Es war ein MP3-Download, ja, und das war, du konntest aber auch gleichzeitig physisch bestellen. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar Bande mit T-Shirt hatten, das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht. Und dann haben wir es selber verschickt und weggeschickt sozusagen, ja. Das war beim ersten Album so und beim zweiten Album war dann schon so unser Ziel, ey, jetzt müssen wir mal im Mediamarkt stehen. Damals war es ja noch was Besonderes, wenn du im Mediamarkt warst. Da habe ich dann Vertrieb organisiert, das war Industrie damals. Aber auch nicht so wie heute mit, oh ja, Vertrieb organisiert und hier sind x wie viel Tausende von Euro Vorschüssen, sondern du warst froh, dass da jemand war, der gesagt hat, ja, ich nehme hier Prozentsatz x, dann dafür stelle ich es in den Laden und so war das zumindest bei uns. Ja, und das war dann 2010, da haben wir das zweite Album von uns veröffentlicht. Das war dann schon überall erhältlich sozusagen und dann, wir hatten ja noch ein, zwei Mixtapes zwischendurch, die wir ja auch teilweise nur so veröffentlicht haben und dann ... Habt ihr Geld verdient? Das Geld, was wir verdient haben, ist eins zu eins durchgegangen. Wir haben de facto immer Minus gemacht, also es haben andere Leute an uns Geld verdient. Aber auch ohne Wertung, weil die da dafür gearbeitet haben. Also unsere Promoterin hat Geld verdient und also, ne, wenn man so einen Strich oder so eine Exitabelle macht, wer hat welches Plus gehabt, so dann haben alle anderen Geld verdient und wir nicht. Ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit genau daran mit gescheitert, unabhängig davon, dass sich bei mir die Management-Tätigkeit in so viel Freude, ja, gemünzt ist sozusagen, ja. Deine eigene Management? Ja, genau, das Selbstmanagement. Ich habe zu dem Zeitpunkt produziert für die Band, so, ne, Georg war damals der Rapper und Henrik, unser DJ, der hatte dann noch die Aufgabe, so visuelle Dinge zu tun, so, ne, und ich war halt dann unser eigenes Management und habe einfach Dinge verwaltet und versucht, an Sachen ranzukommen für uns, so. Und mir hat dann immer weniger das Produzieren Spaß gemacht und das Management-Sein oder die Management-Tätigkeiten haben mir mehr Spaß gemacht und so hatte sich das bei mir und bei uns entwickelt. Also, sieht man auch eigentlich für möglichen Hardcore-Fan von damals die zwei Stück, die wir da hatten. Beim ersten Album habe ich irgendwie gefühlt noch fast alles produziert, beim zweiten Album irgendwie 79 Prozent, beim dritten Album hat damals Stendazmo fast alles produziert. Ich war dann so Executive-mäßig und habe schon gesagt, wie was sein sollte, so, aber ich selbst habe gar keine Knöpfe mehr gedrückt, so. Das ist ein bisschen wie Kanye West. In Scheiße. Ja, genau, aber. Wie unterscheidet sich Selbstmanagement von Fremdmanagement? Man hat auf jeden Fall nicht den geilsten Blick drauf, ne? Also, man ist halt total befangen. Da kann man auch dreimal versuchen, objektiv Sachen einzuordnen, das schafft man halt einfach nicht, weil eigene Emotionen drin stecken. Ich glaube, das ist aber ganz wichtig, mit viel Liebe auch an Sachen ranzugehen, ja. Ja, aber halt auch immer ein Stück weit rational und einfach sehr neutral, objektiv. Und das fehlte damals auf jeden Fall, neben Erfahrung und Know-how. Wobei man als Manager einer Künstlerin doch auch recht subjektiv sagt, guck mal, das ist die beste Künstlerin, die du je gesehen hast, oder? Bist du da recht objektiv und bist du nie so an Menschen herangetreten, quasi so, ey, guck mal, wie krass die Menschen sind? Weil ich das ganz schlimm finde, tatsächlich. Weil, was macht denn das mit dem Künstler oder der Künstlerin? Du baust unnötig Hoffnung und Erwartung auf, die du ja teilweise gar nicht erfüllen kannst. Ich finde das schon wichtig, dem Künstler zu sagen, wenn es draußen regnet, dass es draußen regnet und nicht zu sagen, guck nicht raus, aber es scheint die Sonne. Das ist einfach Bullshit. Und ich glaube, damit verblendet man nur jegliche Dinge. Dass man Sachen verkaufen muss, ohne Frage. Aber meine Erfahrung ist, dass es mit realistischen Dingen, dass man da viel weiterkommt, vor allen Dingen nachhaltig weiterkommt. Weil, wie oft willst du das machen? Weißt du, als so ein Manager erzählst du einem möglichen Tombone genau zweimal, dass du den heißen Scheiß hast. Der merkt ja, du hast gar nicht den heißen Scheiß, weil es eben nicht so funktioniert. Dann brauche ich ein drittes Mal ja gar nicht mehr ankommen. Oder der reduziert automatisch einen möglichen Vorschuss gleich 50, 60, 70 Prozent, weil er weiß, der Tide kommt, der erzählt uns sowieso wieder. Deswegen, ich bin da nie so rangegangen. Ich bin immer sehr realistisch rangegangen. Und das hat mir zumindest geholfen. Und ich glaube, dass es nachhaltig gesehen viel besser ist. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dann, ihr habt dann sogar H&Z Entertainment gegründet. Das war dann, war das so ein wirklicher GbR? Auf gar keinen Fall. Ja, also rein rechtlich im Nachgang war es irgendwie eine GbR. Am Ende war es ein Kinderspielplatz. Also man hat so getan, als wenn man ein Label ist. Aber eigentlich ist das Quatsch gewesen. Aber ja, das haben wir gegründet sozusagen für uns, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet, ein Label zu haben. Da haben aber auch die Distri-Jungs uns viel geholfen und viel unterstützt damals, genau. Und mit 25 sagst du, hattest du eine Quarter-Life-Crisis. Das war dann so um den Dreh 2009. Wie war das? Du, also relativ simpel. Ich frage meine Frau manchmal, ob ich schon erwachsen bin mit 36 und zwei Kindern und irgendwie so vielen Firmen. Oder was heißt so vielen Firmen, aber mit den Dingen, die man da so getan hat. Ich, manchmal denke ich, ich bin 16 und manchmal fühle ich mich auch schon wie 60. Und das war, glaube ich, auch ähnlich, als ich 25 war. Ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, dass man mit 25 ja noch gar nicht zwingend eine Eigentumswohnung mit Dachterrasse braucht und noch gar nicht den Porsche und noch gar nicht die Frau mit drei Kindern. Aber irgendwie habe ich das von mir selbst erwartet. und das war dann irgendwie, ja, nicht so cool. Und da hat sich das dann auf dein Leben, dein Job ausgewirkt? Du hattest da gerade, oder war das noch kurz vor deinem Diplom? Das war so ungefähr die Zeit. Das war ungefähr um dieses Diplom herum. Und schwierig. Einerseits macht man dieses Diplom und gleichzeitig dachte ich mir so, ey, scheiße, warum verdienst du noch kein Geld? Dann habe ich mich halt schon gefragt, so, ey, hast du jetzt irgendwie die Zeit verplempert und so weiter und so fort. Aber eigentlich, wenn man dann nach rechts und links guckt, merkt man, ist ja eigentlich alles gut. Nicht jetzt, weil es den anderen schlechter geht, sondern weil es normal ist, dass man mit 25 halt eben nicht den Porsche, drei Kinder, eine Frau und die, das ist einfach nicht normal. Das wäre eher außergewöhnlich. Und das musste ich mir dann selber aber auch erst mal so zugestehen und sagen. Und das ist auch teilweise heute noch so. Also, da geht es auch gar nicht so um materielle Dinge, sondern einfach, weißt du, auf dem Blatt Papier weiß ich, dass ich vielleicht zwei, drei Sachen schon auch richtig gemacht habe, auch in unserer Branche. Aber ganz oft denke ich so, nein, das muss das nächste Ding sein. Und hier und da. Und das ist dann dieser sportliche Antrieb. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ich halte das aber auch frisch und erde auch ganz viel. Und wann fühlst du dich wie 60? Wenn mein 7-Jähriger auf mir rumspringt. Ey, kann ich dir gar nicht so beantworten. Manchmal habe ich einfach nur das Gefühl, dass ich sehr alt bin. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich sehe deutlich älter aus als 36. Keine Ahnung. Mein Geschäftspartner, der ist Anfang 50 und wir hatten mal das Szenario, dass mir bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube auch von Universal, eine Kollegin, die bei Universal arbeitet, vor uns stand und dann so meinte, auch ihr seid so beides dasselbe Alter, was für Axel totales Lob war und für mich eigentlich ein Tritt ins Gemischt war. Immerhin haben sie nicht gesagt, ist er dein Vater und auf dich gezeigt. Gut, ich gehe jetzt. Nee, du siehst ganz knackig aus. Und knackig machen wir auch weiter. Du warst dann jetzt erstmal so semi eigentlich im Management, hast dabei immer noch gearbeitet, also mit deiner eigentlichen Arbeit als Pädagoge, als Sozialarbeiter, hast du so um den Dreh, sagst du in einem Interview so, 1.500, 1.300 netto verdient, also jetzt auch nicht die Welt und dann halt wahrscheinlich sogar noch mehr ausgegeben in der Managementarbeit und nicht weniger verdient, aber das war dann das, was Spaß gemacht hat. Ja, ja, total. Und hast du das überhaupt gut handeln können, weil du hast ja einen Vollzeitjob und musstest daneben dann noch viel machen und dann noch Frau und dann kam auch irgendwann... Und dann kam irgendwann noch das Kind, genau. Also A, meine Frau hat mir immer mega den Rücken freigehalten und ich habe zum Glück jetzt keine Frau, die da sitzt und sagt, ey, jetzt musst du hier aber pünktlich zu Hause sein und so weiter und so fort, sondern die hat das immer verstanden, dass das irgendwie mein Wunsch und mein Traum ist. Ist die auch in den Medien tätig eigentlich? Überhaupt nicht. Okay. War damals für mich auch eine Grundvorsitzende. Also das ist so... Nee, die hat damit gar nichts zu tun und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich glaube, da wird man irre. Also ich würde irre werden, wenn ich nach Hause kommen würde und das dann auch alles immer noch Thema wäre. Das ist sowieso in meinem Kopf eh 24-Stunden-Thema. Alles so, die ganze Musik und alles, was damit zusammenhängt. Und das dann auch irgendwie von außen zu haben, wäre, glaube ich, nichts für mich so. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie, was war die Ursprungsfrage? Eigentlich, wie du dein Leben zu dem Zeitpunkt überhaupt im Griff bekommen hast. Ey, teilweise... Also weißt du, wo ich es gemerkt habe, dass ich es nicht mehr im Griff habe? Wir hatten... Ich war dann in so einer... In so einem Familienprojekt und ich hatte gleichzeitig ein kleines Büro angemietet. Das war so witzigerweise von dem einen Familienprojekt so zwei Minuten zu Fuß entfernt. Da habe ich gemerkt, dass das alles zu viel wird, indem ich dann klammheimlich mehr Arbeitszeit irgendwann in dem Büro fürs Management verbracht habe und immer nur so sporadisch quasi ins Familienprojekt reingegangen bin. Da habe ich dann gemerkt, ey, das wird alles ein bisschen zu viel parallel. Aber eine Zeit lang war das auch super gut händelbar. Also 40 Stunden gearbeitet und dann irgendwie 10 bis 20 Stunden in der Woche noch irgendwie drangehangen für die Management-Tätigkeiten. Und das ging dann irgendwie. Aber jetzt ist kein... Nicht viel Urlaub und so weiter dann gehabt? Nö. Aber also woher auch? Also weil der Verdienst zu dem Zeitpunkt war ja eh so, dass man gut über die Runden kam. Aber da war jetzt nicht viel mit... Man spart jetzt irgendwas ganz viel, damit man mal eine Woche irgendwo hin kann. Deswegen war das sowieso jetzt nicht ganz großes Thema, so was Urlaub angeht. Und ehrlich gesagt war es auch eine gute Vorbereitung, weil wenn man jetzt die Stunden runterbrechen würde, die man jetzt aktiv ist, ist deutlich mehr zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie geht es ja auch. In dem Interview sagst du, dass du quasi um 8. startest und dann zwar auch nach Hause kommst zum Essen, aber dann noch bis 22 Uhr manchmal am Laptop bist. Voll. Das ist dann ja auch... Also wenn es täglich ist, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das einfach krass ist, weil du hast dann ja nicht wirklich was anderes oder machst du dann noch zwei Stunden lang, weiß ja nicht, irgendwas Entspanntes und Netflix gucken oder sowas. Das ist ja wenig Zeit einfach. Also ich hab... Was, wenn ich ein Laptop aufhabe, lasse ich irgendeinen Scheiß schon nebenbei laufen. Also meistens dann Sport, irgendwie Football oder so. Das beruhigt mich dann so parallel. Das dudet dann einfach so nebenher. Am nonsten, ich versuche schon ab und zu immer auch irgendeine Serie zu gucken, aber ich bin da überhaupt nicht so tief drin, wie es, glaube ich, andere Leute sind so. Ist auch okay. Manchmal finde ich es auch schade, weil ich dann auch nicht mitreden kann und es dann total spannend klingt, wenn andere Leute sagen, oh ja, Games of Swords oder irgendwas so. Und ich mir denke, okay, ja, geil, Drachen. Ich würde gerne mitgucken. Jetzt kriege ich wahrscheinlich voll Shitstorm. Ich glaube, es gibt auch viele Hater. Ich würde es gar nicht haten. Ich würde das auch gerne gucken, aber ich nehme mir dafür einfach nicht die Zeit. und ich habe so ein, zweimal die Woche versuche ich dann Sport zu machen, dann auch mit meinem Trainer Tarek. Liebe Grüße an der Stelle und das ist dann so mal so eine Stunde, wo mal kein Laptop, kein Handy oder irgendwas aufblinkt. Das ist schon wichtig auch. Aber ansonsten ist das nonstop. Und ich glaube, für fast alle Leute, die du auch schon interviewt hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei denen anders ist. Weil entweder du lebst es oder lebst es halt nicht. Und nur wenn du es lebst, kannst du, glaube ich, auch gut sein in dem, was du da tust. Also ein Divo, ein Ralf, ein Marina, die werden alle mit Sicherheit mehr als acht Stunden am Tag arbeiten. Ja, es war auch, also ich glaube, der krasseste Moment, wo ich dachte, diese Musikindustrie, irgendwo interessant, aber irgendwo auch krass, wo ich, glaube ich, zwei Mails um halb zwölf mal rausgeschickt habe und hatte bei beiden nochmal eine Antwort. Ich dachte mir so, wow, diese beiden Menschen sitzen da offensichtlich auch noch am PC, wie ich gerade, in der Musikbranche und arbeiten immer noch, obwohl man jetzt ja durchaus schon pennen könnte. Voll, also relativ simpel. Neben Mails ist ja auch WhatsApp ein beliebtes Medium, sozusagen, Kommunikationsmedium. Und nachts, wenn ich dann dem Kleinen manchmal die Flasche gebe, so, ne, und drei, dann gucke ich halt aufs Handy, weil ich dann eh nicht sofort wieder einschlafen kann. Und dann sehe ich, oh, fünf Nachrichten, drei E-Mails, die werden in der Nacht sofort beantwortet. Fertig, aus. Dann ist nichts, aber auch quasi weg, so, ne, und da habe ich auch schon ein paar Mal so die Resonanz gekriegt. Sag mal, wann pennst du mal? Aber bin ja eh gerade wach. Dann kann ich auch kurz die drei WhatsApp-Nachrichten noch beantworten. Du hast doch gesagt, du machst nie lautlos oder stumm. Also das heißt, das kann auch jemand anrufen und dann bist du um drei wach. Genau. Und die ganze Familie aber auch, oder Chris, ist es noch gehandelt? Nee, das würde ich dann schon noch gehandelt kriegen, glaube ich. Aber ja, nee, tatsächlich, guck mal, das ist so, auch mein lieber geschätzter Kollege, der Trillon, der hat mal irgendwann gesagt, ey, die ganzen Firmen verdienen 24-7 Geld mit der Musik, dann muss man mehr oder weniger auf 24-7 erreichbar sein. Grundsätzlich braucht man auch mal vielleicht fünf Minuten zum Abschalten oder zum Schlafen, aber grundsätzlich hat er da mit der Grundeinstellung eigentlich recht. Und deswegen versuche ich eigentlich auch so gut es geht, so erreichbar zu sein. Es gibt natürlich dann auch mal die ein, zwei Momente im Jahr, wo man sagt, hier, komm, ich bin mal raus im Urlaub oder was auch immer. Aber selbst da ist man erreichbar. Vielleicht dann nicht in der hohen Intensität, aber ich bin dann auch da erreichbar. Trillon hat unter anderem auch Capital Bra gemanagt. Genau. Und ich würde jetzt erstmal noch mit Karate Andi weitermachen, weil das ja quasi dann, nachdem du euch selbst gemanagt hast, war das so der erste Fremde, den du dann gemanagt hast. Korrekt, genau. Wie kam das zustande? Das kam so zustande, dass der Produzent, den ich zu dem Zeitpunkt gemanagt habe, Seven Inch, mir einen YouTube-Link geschickt hatte von einem Web am Mittwoch-Auftritt von Andi. Und ich meinte, ja, das ist jung, das ist frisch, feiere ich, finde ich gut. Und dann hatten die Kontakt quasi und haben im Studio eingeladen und dann, sowas hatte ich auch danach in dieser Branche nie wieder für mich zumindest erlebt. Dann haben die einen Song gemacht und mit diesem einem Song habe ich dem damals ein Verlagstil geholt und ein Booking-Deal bei Bomber der Herzen, wo er heute auch noch ist. Und ich weiß nicht, ob er immer noch in dem Verlag ist. Sony ATV war das damals. Wie hieß der Song? Das war Willkommen im Karate-Club, sogar der erste Song vom Album denn sozusagen. Das war der allererste Song, den der quasi mit Seven Inch damals rekordet hat. Und mit dem Song bin ich quasi shoppen gegangen. Das war schon so. Und wow. Und da sind wir alle intern schon darauf ausgeflippt. Und Ilke von Bomber der Herzen fand das damals saugut und hat gleich gesagt, ey, komm, das lass mal probieren. Das war eher dann auch so ein Randtasten so. Und das hat aber alles gut funktioniert. Genau, so kam der Kontakt zustande und dann waren wir irgendwann Pizza essen und dabei haben wir beschlossen, dass wir gemeinsam Dinge tun. Und anfänglich war das nur ein Management-Mandat und dann war es aber auch so, dass, ey, wie es oft so ist, die Labels so, oh ja, finden wir cool. Aber keiner hat den Arsch in der Hose gehabt aus dem, oh, wir finden es cool, mal zu sagen, wir investieren Geld und wir Science, sondern alle wollten wieder abwarten und lieber Bayern München-mäßig dann teuer einkaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir damals beschlossen haben, eigentlich die Platte alleine zu machen. Und dann kam der alte Distri-Deal, den ich bei Hermann Zirkel oder dieser Kontakt wieder zustande, und Distri damals angerufen und gesagt hat, ey, ich habe hier so einen Künstler, müssten den mal veröffentlichen. Und so kam dann das eine zum anderen. Und dann haben wir eigentlich die Platte selbst veröffentlicht. Und wie habt ihr zusammengearbeitet? Also wie war es in der Zeit, auch in der Produktion? Bist du zum Beispiel auch jemand, der irgendwie im Studio mal dabei ist oder prinzipiell nie? Ja, nee, also ich, das ist von Künstler zu Künstler grundsätzlich unterschiedlich. Es gibt ja Künstler, die brauchen das, wünschen sich das auch etwaig. Es gibt Künstler, das ist überhaupt nicht notwendig. Bei Andi war es mal so, mal so. Mal war ich da im Studio dabei und mal war das auch, war der mit Seven Inch alleine im Studio. Ey, das gab massen an Songs sozusagen. Und dann haben wir wirklich wie in der Schule, jeder hatte dann so einen Blog gehabt und okay, jeder schreibt jetzt hier seine, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Lieblingstitel rauf. Und dann war schon so, okay, da wo es eine Übereinstimmung gibt, die Songs landen ganz safe auf einem Album. Und so haben wir uns damals so rangepirscht. Und die Zusammenarbeit war, war wild. Und war tatsächlich auch von meiner Seite aus teilweise sehr emotional, weil es der erste Künstler war. Wobei du ja Produzenten schon vorher hattest, aber das ist anders. Ja, ja, ist eine andere Intensität. Auf jeden Fall. Bei Produzenten, hast du dich bemüht, die Produktion an Mann zu kriegen. Hier hast du ja einen Künstler gehabt, wo du wirklich auch noch das Debüt hast, was ja sowieso immer noch wie so ein Baby ist sozusagen. Und das war schon was anderes. Und so eine andere Intensität. Also teilweise von irgendwie, Andi war einer, für den hat dann auch meine Frau gekocht und wir haben viel gegessen. Und das war dann, hat sich auch in so einem Verhältnis geäußert so. Und ich habe ihn versucht, auf einen Lebenslagen irgendwie zu unterstützen und so weiter und so fort. Und ja, so war das damals. Und dann kam die Platte raus und die ist zu dem Zeitpunkt auch ohne Bundles, ohne Box oder irgendwas gedöhnt, gedöhnt, was es ja auch damals schon so ein Stück weit gab. Und dann auf Platz 24 war nicht der Schatz eingestiegen, was schon eine gewisse Leistung war. Und danach haben die Labels, die vorher schon mal angeklopft haben, noch mehr angeklopft. Und dann ist Andi zu safe mitgegangen. Wie hast du überhaupt gelernt, wie so ein Management-Mandat auszusehen hat? Boah, gar nicht gelernt. Einfach, einfach gemacht. Also wirklich, das gab niemanden, der einem das gezeigt, gesagt hat. So, wir haben uns, glaube ich, irgendeinen Vortrag aus dem Internet gezogen. Wir haben das dann sehr fair besprochen und fertig aus. Und da so noch immer Standard, also kann man sagen, irgendwie du hast immer 20 Prozent der Einnahmen genommen oder? 20 Prozent von allem plus der Seele und dem Blut. Nein, ja, genau. So war das damals, genau. Und das ist dann fließend übergegangen in Machete auch. Das war damals Machete. Der Ursprung war, dass quasi die liebe Marien, Inhaberin von Machete. Nachname vielleicht auch nochmal. Marien Eichinger. Eichinger, genau. Marien Eichinger. Ich weiß schon deinen Namen übrigens, aber irgendwie hatte ich gerade einen Knoten in der Zunge. Genau, die hatte immer gesagt, Mann, Patrick, du musst dieses Management, du machst das Permazirg ist so gut und so weiter und so fort. Das musst du weiter verfolgen. Und dann habe ich aber gesagt, ich bin immer ein Freund von Team und von organischen Dingen bin sozusagen, dass ich es alleine nicht machen werde. Und dann hat sie gesagt, naja, lass das doch zusammen machen. Sie kann dann quasi mit Promotion unterstützen und ich habe dann Management gemacht. Und das haben wir damals gemeinsam getan. Das war ein erster wichtiger Schritt tatsächlich. Grundsätzlich, genau. Und also Andi war damals sozusagen bei Machete Management. Genau. Und das war auch noch zum Zeitpunkt, wo du auch noch gearbeitet hast als Sozialarbeiter. Und da kam mein erster Punkt Ende 14, wo dann eben auch dein zukünftiger Partner, welcher von beiden war es dann? Nico. Nico Meckenburg. Kam auf dich zu und auch deine Frau hat dann nochmal unterstützend gesagt, komm, jetzt mach dich halt selbstständig. Das ist das, was du wirklich machen möchtest. Genau. Oder hast du dich vorbereitet auf die Selbstständigkeit? Wie sah das aus? Mit einer Krankschreibung. Mit einer Krankschreibung für den Arbeitgeber und ganz viel Austausch mit Nico. So und ganz viel kaltes Wasser, dass ich einfach noch weiter reingesprungen bin. Viele Sachen kannte ich schon, einiges kannte ich schon und bei vielen Sachen habe ich auch ganz viel dazugelernt. Das war dann so 2014 und dann war Duft der Art Management das nächste Ding? Na ja, das ist quasi, Duft der Art ist quasi, das war schon 2014, als ich von Machen, wir hatten dann gesagt, dass ich mich komplett alleine selbstständig mache sozusagen und Duft der Art gibt es auch immer noch. So, dass einfach meine eigene Firma, meine eigene Beratungsfirma, die ich da so nebenbei habe, laufen lassen immer die Jahre sozusagen und da ist auch manchmal gar kein Mandat drin, gar kein Künstler drin und manchmal ist da was drin und genau. Wodach entscheidest du, in welcher deiner Firmen du was reinpackst? Ich würfel, ich habe so einen Würfel. Nein, das ist Quatsch. Nein, tatsächlich, die Duft der Art steht da eigentlich hinten an. Das ist mittlerweile eher so eine Verlagsedition auch, was ich mit der BMG mache und wir haben dann aus der Duft der Art, damals war es so angedacht, dass wir eigentlich alles in einen Topf schmeißen. Und dann war es aber so, ja gut, nennt man es jetzt nur eine dufte Maschine oder das Art, das war dann irgendwie Quatsch und Duft der Art lief einfach nebenbei sozusagen und Nico, Axel und ich hatten dann quasi was Eigenes gegründet und das war damals das kleine, aber feine Hip-Hop-Label AKF. Auf keinen Fall eben. Korrekt. Warst du dann auch da an allen Signings beteiligt oder wie lief dann die AKF? Naja, also Nico und Axel hatten quasi, wie gesagt, schon Chissus und Bones quasi managementseitig unter Vertrag und ich kam damals an mit Tamasch und mit Liquid Walker, der ein sehr guter Freund war, zu dem Zeitpunkt. Also es ist alles cool, diese Formulierung. Alles gut. Wie so eine Freundschaft manchmal so ist, hat man Höhen und Tiefen. Genau, und das waren die Künstler, die ich damals irgendwie hatte, Tamasch, Liquid, dann hatten wir noch die Mason Family damals frisch gesigned und später kamen dann noch weitere Künstler dazu. Also wir haben ja schon Ende 15, habe ich dann schon AK außer Kontrolle gesigned gehabt sozusagen, den ich noch von früher kannte, weil ich sogar noch vor Hammer und Zirke das allererste AK-Studio eingerichtet hatte über einen gemeinsamen Kontakt damals und dadurch kannten wir uns sozusagen. Studieeinrichtungen, das hattest du bis jetzt noch nicht angesprochen, das hast du dann auch gemacht. Naja, Studieeinrichtungen, das ist so, weißt du, ich wusste durch die eigenen Produktionstätigkeiten bei Hammer und Zirkel und habe ja davor schon produziert sozusagen, wusste ich, was man zumindest in einem Studio braucht. Und ey, das war gleich zu heutzutage völlig rudimentär und völlig quatschig, aber zu dem Zeitpunkt war es das Maximum, was man irgendwie für ein Rump-Studio irgendwie machen konnte und das habe ich den Jungs damals empfohlen und das hatten sie dann auch. AK außer Kontrolle managst du ja sogar immer noch, aber das ist auch die längste Beziehung da. Wieso? Also wie, wieso gerade klappt es auch gerade irgendwie gut zwischen euch, wo andere dann vielleicht auch jetzt schon irgendwie anders untergekommen sind oder was? Müsstest du im besten Fall ihn fragen, ja, also er war ja zwischendurch auch tatsächlich, also wir haben ja Ende 2015 quasi, hatten wir ihn unter Vertrag genommen und dann haben wir ja auch zwei Platten veröffentlicht, dann ist er 2017 zwischendurch zuerst guter Junge gegangen zu dem Label und ist von da aus dann ja aber auch wieder im Management zu mir oder zu uns zurückgekommen. So und ich kann nur sagen, dass ich neben deinem musikalischen Können, was ich grandios und saugut finde, weil er einfach wirklich neben dem Inhalt sozusagen einfach ein sehr guter Rapper ist, rein handwerklich sozusagen, rein technisch, hat er alles, was ein Künstler mitbringen muss, Aura, Kredibilität, starke Stimme, Gespür für Hooks und so weiter und so fort, das ist das musikalische und das andere ist dann tatsächlich auch die persönliche Komponente, dass wir natürlich im Zuge all der Jahre ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. So und ich ihm da ja auch keine großen Steine im Weg gelegt habe, als er dann kam und meinte, er möchte zuerst guter Junge gehen. davon mal abgesehen, ob man sich die Frage stellen kann, wie viele Steine man jemanden, der so kredibil ist, auch in den Weg legen könnte, so keine Ahnung, so ne, aber grundsätzlich ist da glaube ich ein großes Vertrauensverhältnis da und das ist glaube ich die Basis von uns beiden zumindest. Alles andere musst du tatsächlich mal ihn fragen. Mach ich. Yo, yo, das Acker außer Kontrolle. Ich erkläre mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass ich und Patrick Thiede schon seit so vielen Jahren zusammenarbeiten. Das ist ganz einfach erklärt und zwar liegt das daran, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass Patrick Thiede ein loyaler Mensch ist, ein guter Mann ist, der wirklich hinter einem steht und auch immer 100% gibt. Aber was noch viel wichtiger war, er hat den Mensch hinter dem Künstler gesehen und das war für mich sehr wichtig und ich habe mich direkt wohlgefühlt bei ihm. Ihm war auch wichtig, dass ich mich als Künstler wohlfühle bei ihm und mit der Zeit ist da eine super Freundschaft draus geworden und ich kann mir gar nicht vorstellen, so weiterzumachen ohne Patrick. Das ist ein eingeschweißtes Team und ich bin sehr froh darüber. Jo, das war auf jeden Fall Acker außer Kontrolle. Peace. Was macht denn für dich ein gutes Management aus? Was braucht es auf jeden Fall? Von Managementseite aus? Mhm. Wenn ich jetzt Management sein möchte? Das ist ja, finde ich, immer eine Frage, in welcher Phase man drin steckt, sozusagen. Weißt du, also ich glaube schon, dass in der Phase, als ich den Karate Andi gemanagt habe, für das, was ich wusste und konnte zu dem Zeitpunkt das Maximum rausgeholt habe. Also mehr ging nicht. Sonst hätte man ja auch nicht diesen Erfolg gehabt, sozusagen. Aus heutiger Sicht hätte man es wahrscheinlich tausend Dinge noch besser machen können. Aber wer weiß, wo ich in zehn Jahren stehe und sage, ich glaube, das ist davon sehr entscheidend, an welchem Punkt man menschlich steht und auch mit all seiner beruflichen Erfahrung. Insgesamt glaube ich, ist es super wichtig, dass man einfach immer das Maximum rausholt mit seinem Herzblut und mit einfach seiner Energie. Ich glaube, das macht ein gutes Management aus. Okay, aber wie komme ich dahin? Also quasi, ich meine jetzt eher so dieses, was glaubst du sind Punkte, die es auf jeden Fall braucht und was sind zum Beispiel auch Punkte, wo du sagen könntest, ich glaube, diese Person vielleicht auch funktioniert als Manager nicht so gut, weil die bringt diese Eigenschaften mit, die es auf gar keinen Fall da braucht. Grundsätzlich sollte man ein Stück weit organisiert sein und man sollte strukturiert sein. Das sind glaube ich schon Charaktereigenschaften und Fähigkeiten, die man einfach besitzen sollte. Man sollte ein gewisses Empathievermögen haben und Auffassungsgabe. Ich glaube, wenn du das hast, dann hast du erst mal die Grundbasis geschaffen. Wenn du der total verpeilte Typ bist, aber selbst dafür gab es ja auch schon Beispiele, die dann auch erfolgreich waren. keine Ahnung, ein bisschen Portion Glück gilt halt auch immer noch dazu, wobei ich der Meinung bin, dass man Glück in irgendeiner Form mal zwingen kann. Mit Arbeit oder wie? Total. Mit Arbeit und vielleicht auch, keine Ahnung, relativ simpel. Also du wirst im Lotto nicht gewinnen, wenn du kein Lotto spielst. Wenn du aber immer alles Mögliche da reingibst, dann ist zumindest die theoretische Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch im Lotto gewinnst. So und ich glaube, weil Lotto ist ja auf jeden Fall die Definition von Glück. Und wenn man dazu erst mal nichts können muss, großartig. Ich glaube, durch harte Arbeit, durch akribisches Dranbleiben und so weiter und so fort kann man sich Glück in irgendeiner Form mal zwingen. Vielleicht nochmal auch konkreter, was würdest du jemandem als Tipp raten, der jetzt sagt, ich würde gerne irgendeine Person managen? Ey, einfach sehr ernsthaft dranbleiben und nicht irgendwelche Schlösser bauen, also weder für den Künstler noch für sich selbst, sondern tatsächlich viel Wissen sich aneignen, auch mal in Anführungsstrichen die Schnute halten und wenn andere Leute reden, nämlich erfahrene Leute reden, ich finde das immer ganz gefährlich, wenn man so versucht, künstlich mitreden zu wollen. Ist auch nicht schlimm. Also ich halte auch bei ganz vielen Leuten einfach meine Gusche und höre denen gerne zu, weil das einfach Quatsch ist. Ich kann gar nicht mitreden bei jemandem, der seit 30 Jahren möglicherweise in diesem Business ist. Wie? Mit welcher Berechtigung? Und ich glaube, eine gewisse Portion Ehrfurcht und Demut ist nicht unwichtig. Mit AK musst du dann aber auch andere Probleme nochmal irgendwie wahrscheinlich behandeln, weil auch zum Beispiel eine Abschiebung sogar fast passiert wäre. Jetzt ist ja irgendwie drei Jahre nochmal safe, aber auch erst diese drei Jahre. Hatten wir aber auch schon 2000, Anfang 2016 oder Ende 2015 beim Signing damals. Also auch da hätte er ja schon fast wieder seinen Aufenthaltsstatus verloren und wir haben damals dann mit ein paar Medien gedroht und das war dann der jungen Dame zu heiß und dann hat sie ihm tatsächlich dann noch ein bisschen länger Aufenthalt gewährt mithilfe des Vertrages tatsächlich, des AKF-Vertrags. Du, da kommt grundsätzlich wahrscheinlich meine Sozialarbeitertätigkeit oder zumindest das Grundverständnis dieser Arbeit dem Ganzen zugute, aber das gehört ja aber auch grundsätzlich dazu, dass du für Künstler Dinge tust, die außerhalb des musikalischen Spektrums zu verorten sind. Und bei dem einen Künstler ist es dann sowas, wie du eben bei AK genannt hast, bei einem anderen Künstler ist es irgendwas anderes. Aber das gehört auch finde ich dazu. Und selbst wenn du selber keine Ahnung davon möglicherweise vom Asylrecht oder vom Aufenthaltsrecht hast, dann muss man zumindest wissen, wen man dafür kontaktiert, dass er einem hilft. Also wir haben ja auch diverse Künstler, wo es möglicherweise hier und da mal Probleme mit dem Gesetz gibt oder gab. Und dann bin ich ja natürlich auch kein Jurist und kein Anwalt, aber dann ist es halt wichtig, den Anwalt anzurufen. Wie hast du dein Netzwerk erweitert? Bist du da auch auf irgendwelche Networking Events gegangen oder Leute bei Facebook weggeaddet oder alles? Nein, nein, da bin ich menschlich gar nicht so der Typ für. Ich habe viel, wie gesagt, aus der Hammer- und Zirkezeit ein Netzwerk mitgenommen und dann haben Axel und Nico natürlich auch noch ein Netzwerk über ihre Jahre, was wir dann zusammengeschmissen haben und viel hat sich dann einfach hier und da so und so ergeben. Ich bin auch da einfach ein Freund von so organischen Verläufen. Also ich würde, wenn du und ich jetzt jetzt bei irgendeiner Party sehen würden und wir uns vorher nicht gekannt hatten, würde ich nie auf dich zukommen und sagen, ah, du bist doch, das ist einfach nicht mein Naturell. Und entweder es entwickelt sich natürlich und man kommt ins Gespräch und baut dadurch eine Verbindung und Bindung auf, dann ist das cool. Ich bin da wirklich kein Freund von irgendwelchen künstlichen Netzwerksachen. Ich finde das auch schlimm. Du hast es schon vorher angesprochen, du findest es am schönsten, wenn quasi, also die Phase kurz vor dem Durchbruch. Aber wie ist es denn dann, wenn der Durchbruch kam? Also ist für dich dann damit quasi so ein Haken dahinter auch irgendwo und du denkst dir, okay, auch ein bisschen schade, weil das ist jetzt quasi abgeschlossen, da ist dieses Ziel erreicht und jetzt muss ich mir das Nächste suchen? Also schade finde ich es nicht, aber ich finde das wahrscheinlich, weißt du, ich glaube auch, dass das für einen Fußballer möglicherweise oder für einen Sportler das Schönste ist zu merken in der Sekunde, oh jetzt, jetzt, wir haben noch nicht das Tor geschossen, aber wir haben, wir stehen kurz davor, diese Spannung ist es ja irgendwie und wenn du dann vom Feld gehst und 3 zu 0 gewonnen hast, dann freust du dich darüber ohne Frage, aber ich glaube nicht, dass es der Spannungshöhepunkt eines Sportlers in dem Fall ist und so ist es auch glaube ich in der Musik, zumindest für mich, es gibt wahrscheinlich, fragt zehn andere Manager oder Musik-Heinrich-Leute, die haben da wahrscheinlich eine andere Definition dafür, aber für mich ist es das so und bei Finch war es zum Beispiel so, dieses Beispiel, als der bei seiner ersten Tour zum Debütalbum, als wir in Hamburg da gespielt haben, ich weiß nicht, wie viel das waren, 400, 500 Leute, also jetzt auch nicht mega viel, aber zumindest auch schon so, dass man sagt, ey, man merkt, da kommen jetzt mehr als zehn Leute hin so und einfach anhand der Stimmung, wie, das waren einfach gefühlt 500 Hardcore Musik wütige Leute, die da Finch so abgefeiert haben, die hätte auch gar nichts machen brauchen rein, theoretisch, die hätte einfach nur auf die Bühne kommen brauchen und diesen Moment zu spüren, zu merken, ey, ich glaube, hier geht was, so, ne, das finde ich tausendmal schöner, als wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in ein paar Monaten mit Abfahrt geholt haben, so, das ist, das ist schön, aber das ist ja eigentlich nur das Ergebnis von der Arbeit davor, so. So ein bisschen wie der Moment von Trettmann im Kleinen, wo Heidi, glaube ich, noch vor Act war, Kitschkrieg-Set, ich glaube, David Bortot hat das auch irgendwo, glaube ich, beschrieben für die Juice da nochmal, dass das irgendwie auch dann so der krasseste Moment oder sogar das krasseste Konzert ever war. Ja, das kann ich nachvollziehen, was war ein Fehler, die du gemacht hast, wo du auch konkret benennen kannst, da hätte ich das auf jeden Fall anders machen müssen. Boah, also zu unserer Bandzeit war für mich unser letztes Album ein Fehler. Warum? Ich war frisch verliebt, frisch verheiratet und habe es auf jeden Fall inhaltlich schleifen lassen. Ich war schon, glaube ich, so ein bisschen der Kopf von unserer Bande sozusagen und habe bei dem Album die anderen deutlich mehr machen lassen als bei den ersten beiden Alben. Deswegen mag ich das letzte Album zum Beispiel gar nicht. Für uns so, einfach so. Das ist so für mich persönlich so ein Fehler, wo ich denke, müsste hätte ich mal mehr Energie aufbringen sollen. Und managementseitig? Managementseitig, es wäre ja nur ein Fehler, wenn du etwas bewusst oder fahrlässig gegen die Wand fahren lässt. Das habe ich noch nie getan. Fehler sind trotzdem passiert. Ich hatte vor kurzem ersten Fehler, da ist mir einfach eine Single untergegangen. Wie meinst du untergegangen? Naja, das ist in der Kommunikation, aber es waren Kommunikationsfehler am Ende des Tages sozusagen, ja, aber der Künstler hatte gesagt, hier, da würden wir eine Single bringen und dann kam aber auch kein Master und kein Cover und alles, was dazugehört. Und dadurch war dann so Adapter gelegt und irgendwie den Donnerstag vor dem Freitag quasi, den Donnerstag vor dem Freitag, ist ja die die beste Phrase der Welt. Geil. Den Donnerstag, bevor man quasi Musik veröffentlicht hatte, mich dann der Künstler gefragt, hier, kann ich mal Spotify links und so rumflanken? Und dann war so, du, wovon redest du denn gerade? Und das, äh, das war mir sehr unangenehm, aber das haben wir super gelöst bekommen. So, das war jetzt mal so ein Fehler, so, wenn man von sowas reden möchte, aber, ähm, ey, ansonsten, weißt du, ich glaube, solange du aufrichtig bist, ehrlich bist und, 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 äh, nichts bewusst irgendwie gegen die Wand fahren lässt, so, kannst du da eigentlich keine richtigen Fehler machen. Wenn man sich in einem Team, weil das ist ja keine One-Man-Show, abstimmt, so, weißt du, natürlich könnte man darüber reden, ob mögliche Strategien Fehler waren oder nicht, aber das bestimmt man ja immer im Team, so, keine Ahnung, deswegen, glaube ich, kann man darüber jetzt nicht über Fehler reden, so, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer in den Spiegel gucken zu können und sagen zu können, ich habe das Bestmögliche getan. Wir hatten auch schon Künstler, wo wir alles Mögliche gemacht haben, mit großen Bands auf, 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 Support-Tour geschickt haben, parallel große Kampagnen geplant, Online- Marketing und trotzdem hat das im Verhältnis nicht so viel verkauft, so, ist das dein Fehler? Ich glaube nicht, weil du hast eigentlich alles Mögliche getan, nach deinem Wissen, so, ich glaube, das, das ist immer wichtig. AKF ist aufgelöst mittlerweile, das gibt es nicht mehr, oder wie ist das? Das gehört Universal mittlerweile und, also, das haben wir an Universal abgegeben und, äh, rein theoretisch könnte die Universal bei AKF Sachen sein, aber ich weiß nicht, ob sie es vorhaben. Witzigerweise gehört AKF zu Chapter One, was ich ja jetzt, ähm, leite, insofern kommt eins zum anderen. Ja, nein, aber an sich, die hat zurückgeholt. Ja, aber an sich, ähm, glaube ich, ist das erstmal nicht Thema. Aber was war der Grund fürs Abgeben? Wann würdest du ein Startup verkaufen? Na, wenn ich denke, es wird jetzt nicht mehr, ähm, im Wert steigen. Mhm. Genau. Dann war das der Grund. Also, weil, du, wir wussten zu dem Zeitpunkt, 1,8,7 haben ihre Verträge erfüllt, wir konnten die nicht verlängern, ja, die sind, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir, äh, sie zu Universal gegangen und haben sich auch nochmal anders aufgestellt. AK war zu dem Zeitpunkt zuerst guter Junge, ist er gegangen. Wir hatten dann noch Kapi, ähm, da gab's diverse Überlegungen, wie man da mit Kapi, ähm, was weiterführt und so weiter und so fort. Aber, ähm, uns war klar, das wird, also das waren unsere Informationen, die wir im Hintergrund hatten, das war quasi noch nicht announced, so, ne? Und dann war für uns relativ schnell klar, dass wir unter dem Label nicht mehr weitermachen brauchen und wollen und können, so. Und dadurch, dass wir uns als Label ja auch nie so in Vordergrund gerückt haben, sind wir ja immer sehr im Hintergrund. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute und Fans von Kapi oder AK, die bis heute nicht wissen, dass das über AKF veröffentlicht wurde. Das war jetzt auch nicht so ein Shoutout-Ding, ne? Das hat, glaube ich, keiner erwähnt groß, ne? Genau. Und das war ja aber auch von vornherein so angedacht und geplant, so, ne? Also wir wollten jetzt nicht einfach das nächste Akro Berlin sein, sondern wir wollten halt einfach, die Künstler sollten im Vordergrund stehen, so. Und, ähm, das machen wir selbst bei Walks is Way heutzutage ja so. Also bei dem Hip-Hop-Label, was, was wir jetzt halt führen, so, ne? Also es gibt ganz viele Leute, wahrscheinlich Anhänger von Finch, die nicht wissen, worüber der veröffentlicht. So, und, äh, auch von anderen Künstlern, die wir dann so veröffentlichen. Und das ist aber auch okay, weil, ähm, wie ich ja eingangs auch schon gesagt habe, am Ende steht und fällt das, finde ich, mit den, mit den Leuten und mit dem Team dahinter. Und da ist der Label-Name so ein Stück weit, finde ich scheißegal. Wie viel Musik hörst du denn am Tag eigentlich? Kannst du das so grob beziffern? Hm, ich hätte mir die iTunes-Aufstellung merken sollen, nicht die iTunes-Apple-Music-Aufstellung. Ich glaube, ich bin effektiv bei viereinhalb, fünf Stunden am Tag. Ja, das ist dann tatsächlich halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt, ne, ins Büro und jeweils wieder zurück. Damit hat man schon ein bisschen was getan. Ähm, es sei denn, man telefoniert während dem Autofahren und ansonsten höre ich eigentlich überall sofort, wo es geht, Musik. Also, klingt bescheuert, glaube ich, selbst auf Klo. Da wird das Telefon mitgenommen und dann höre ich da die Mucke und so weiter und so fort. Und da höre ich jetzt natürlich keine Demos ab, aber da sind es dann eher so Sachen, um neue Sachen möglicherweise zu entdecken, ne, so durchskippenmäßig. Genau. Also eigentlich immer, wenn es geht. Und abgesehen von dem persönlichen Eindruck, wonach entscheidest du, wen du seinst? Weil ich finde es gerade extrem schwierig, auch wenn man jetzt irgendwie sowas wie Insta-Follower oder sowas als Maßstab nimmt. Scheiß drauf. Scheiß auf alle Insta-Follower und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein guter Indikator, aber in Zeiten, wo du so eine Zahlen ja auch im Zweifel fingieren kannst, ist das auch, finde ich, eben kein guter Indikator. Ich kann dazu nur so eine Band wie die Argonautics unfassbar positiv erwähnen. Wenn ich das Gefühl habe, als Musikheinrich, dass das was Außergewöhnliches ist und dass ich da was spüre, dann mache ich das. Wir haben die, glaube ich, gesigned, unter diesen 600 Follower oder so. Da haben wir jetzt zwei Alben mit denen veröffentlichten. Die haben jetzt immer noch nicht endlos viele Follower. Ich glaube, drei, viertausend Sachen. Aber weißt du, was das Geile ist? Ein Viertel von den Fans, von den Followern kaufen deren Platte. Das heißt, du fängst auf einmal an, eine total coole Fanschaft oder Hardcore-Base dir zu erarbeiten. Und mir ist das tausendmal lieber, als wenn jemand eine Million Follower hat und aber auch nur 5000 Einheiten verkauft. Was bedeuten diese Follower? Das ist doch scheißegal am Ende des Tages so. Ich entscheide das ganz viel nach A, Bauchgefühl und B, gibt es natürlich schon so ein paar Sachen, die für mich einfach zählen und in irgendeiner Form Einmaligkeit und Charakteristik ist mir viel wichtiger, als irgendein mögliches Handwerk. Weil das reine Web-Handwerk kannst du erlernen. Aber wenn jemand ein Charakter ist, ein Typ ist, was erlebt hat, oder auch genau so eine Frau, Ausstrahlung hat, das sind Sachen, die kannst du nicht erlernen. Also erzähl mal bitte jemandem, ey, komm nächste Woche wieder, aber mit Ausstrahlung. Das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn du sagst, komm nächste Woche wieder, du hast alles, was du mitbringen musst, Ausstrahlung, du hast die dementsprechenden persönlichen Geschichten, Lern-Rappen, so, dann ist das zumindest erstmal in der Theorie möglich. das sind Sachen, auf die ich drauf achte. Ich habe einmal in meinem Leben wirklich was nur nach Zahlen unter Vertrag genommen und das ging einfach in die Hose. Das war zum Glück in einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt meiner Karriere. Da gab es auch noch kein AKF und nichts, gar nichts, sondern es war eher so die Karate an die Zeit. Und seitdem habe ich mir selber gesagt, ey, nein, ich achte nur auf mein Bauchgefühl. Genau, also das ist mir tausendmal wichtiger. Mir ist Kultur auch mittlerweile, also was ich jetzt mittlerweile war mir schon immer wichtig, aber ich achte auch, versuche da sehr drauf zu achten, dass nach meinem persönlichen Ermessen man auch was signt, wo ich das Gefühl habe, dass das die Kultur weiterbringt. Um Kultur ging es auch ganz viel mit Ralf Kottow eben im Interview, aber eben auch um das Ding, dass er sich immer wieder den Vorwurf machen lassen musste, zum einen, dass er irgendwie Hip-Hop kommerzialisiert, dass es mit Sicherheit jetzt weniger ein Faktor, aber eben, dass man irgendwie mit KünstlerInnen zusammenarbeitet, die unter Umständen auch sexistische Texte haben. Wie gehst du damit um? Haben wir ja auch, also hatten wir ja schon zur 1-8-7-Zeit, habe ich bei dem Film nicht asozial immer wieder gerade das Thema. Ich kann dann nur sagen, zumindest bei den Medienpartnern oder bei den Leuten, die ich oder die mich kennen, glaube ich, die können das dann schon irgendwie einordnen, weil es einige Menschen gibt, die mich kennen und dann wissen, dass ich nicht wirklich mit jemandem zusammenarbeiten würde, der ernsthaft solche Einstellungen hat. Ich finde, Ralf hat das auch natürlich sehr gut gesagt. Nur dadurch, dass es diese Musik so gibt, kannst du darüber natürlich so diskutieren und nur darüber kannst du natürlich den Horizont erweitern bei allen möglichen Menschen. Und am Ende des Tages sehe ich das halt auch so, das Ganze ist ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Also weißt du, nimm die Rapper mit oder weg, die diese Inhalte haben, dann hast du nicht den Sexismus aus der Gesellschaft verbannt. Den gibt es dann immer noch. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, darüber offen zu diskutieren, das zu besprechen und so weiter und so fort. Und anhand von jemandem wie Finch merkt man das auch, dass mir das total wichtig ist und wir uns das auch im Team wichtig ist, dass wir uns da auch gegen gewisse Sachen ganz klar positionieren. Das haben wir ja jetzt zum Beispiel auch zuletzt gemacht, er hat ein sehr ausgiebiges YouTube-Statement zum Beispiel abgegeben, als er wieder neue Vorwürfe hatte, sozusagen. Und ich finde aber auch gleichzeitig das nicht immer gerecht und nicht auf Augenhöhe, diese Unterhaltung, sozusagen. Also ich würde mir da, bevor man irgendwas abstempelt, lieber einen guten Austausch wünschen. Und das passiert leider aber nicht. so und das, das wäre schön, so, weil nur dann bringt es alle Beteiligten auch weiter. Also in welcher Form könntest du dir so einen Austausch auf Augenhöhe vorstellen? Also ich habe zum Beispiel ein Taz-Interview gelesen, das fand ich schon relativ auf Augenhöhe, mit Finch asozial auch. Siehst du? Ich wollte gerade sagen, nee, habe ich nicht gelesen, aber doch, das Interview kenne ich. Du, das kann grundsätzlich sowas sein, aber ganz oft ist es doch so, und das wissen wir beide, glaube ich, dass Künstler in irgendeiner Form vorgeführt werden oder dass Künstler eben nicht als Künstler wirklich ernst genommen werden, so, ja, sondern man versucht die dann irgendwie so als Clown oder zur Schau zu stellen oder was auch immer. also, und so richtig ernst nimmt man dann den Menschen und den Künstler halt nicht und das, das fehlt mir und da muss unsere Gesellschaft wachsen in irgendeiner Form. So, das dauert, glaube ich, noch eine Weile, bis diese Kultur dann auch in der Form so verankert ist, das wird mit Sicherheit noch zehn Jahre dauern, auch wenn wir musikalisch da jetzt uns vor nichts mehr verstecken müssen, aber was das Kulturelle, das Tiefverwurzelte betrifft, so, da hängen wir auf jeden Fall den Staaten noch ein paar Jahre hinterher. Ich glaube, das wäre einfach schon mal gut, wenn man einfach Künstler nicht belächeln würde, weißt du? Dann kann man sich auch über die austauschen, aber solange bei gewissen Medien oder bei vielen Medien das auch immer noch so ist, die machen so Web, yo, 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 diese Denke besteht ja bei vielen Leuten, worüber willst du dich da unterhalten? Würden sie ja beim Hermann Krönemeyer oder wem auch immer, würden sie ja das nicht so belächelnd machen. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Alligator, Materia und Hermann Krönemeyer? Für unsere Generation sind, also für meine Generation mit 36 ist wahrscheinlich Marten, Alligator, Casper und noch ein, zwei Kandidaten weiter. Das sind doch unsere Westernhagens und Lindenbergs. Und für die nachfolgenden Generationen ist es wahrscheinlich ein Jizzes und Bones deren Lindenbergs und Westernhagens. So weißt du? Also mit welcher Berechtigung nimmt irgendein Journalist oder Leute von dementsprechenden Organisationen unsere Künstler nicht ernst? Und ich glaube, wenn das mal gelegt wäre, dann kann man sich auch über all das unterhalten. Weil, wie gesagt, der Sexismus oder auch Gewalt verherrlichende Texte oder Gewalt grundsätzlich wäre aus der Gesellschaft nicht weg, nur weil du die Texte verbannst. Web ist ein ganz klarer Spiegel und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute keinen Bock haben, in diesen Spiegel zu gucken. Klar, gleichzeitig kann man aber natürlich auch immer, das ist ja eine endlose Diskussion, kann man natürlich auch sagen, dass es Reproduktion hervorrufen kann. Aber dann musst du doch auf allen Ebenen anfangen, bitte. Sorry. Also klar hat Web natürlich den Anspruch, kredibil und authentisch zu sein. Aber dann fang doch bitte bei Filmen genauso an. Dann fang doch bitte bei RTL2 und Vox bei irgendwelchen Pseudo-Reality-Soap-Sendungen genauso an. Da wird das genauso thematisiert. Aber da sehe ich kein Artikel darüber, dass solche Sendungen verflucht werden. Nein. Wer wird denn verflucht? Das werden immer nur die Rapper verflucht, weil aber Mädel genau wissen, dass die drauf anspringen. So. Wir sind denn aber auch noch, wir als Kulturbetreibende sind auch noch die Idioten, die dann auch immer noch drauf anspringen. Und das ist dann, finde ich, unfair. Wenn man diese Diskussion aufmacht und das, was du sagst mit dieser Reproduktion, dann musst du es auf allen Ebenen machen. Und dann fang bitte auch in allen Ebenen der Unterhaltung an und auf allen Ebenen der Kommunikation an. Web ist nur ständig der Sündenbock dafür. Aber du kannst ja schon nachvollziehen, dass es zum Beispiel irgendwo weniger gehört wird aufgrund von ja, sag ich mal, gesellschaftlichen Veränderungen. Also bei mir hat sich auf jeden Fall schon verändert, dass ich gewisse Künstler eben nicht höre, weil mir die Texte mittlerweile einfach nicht mehr, also die kann ich mir zum Beispiel nicht mehr geben. Also nicht, dass ich sage, die sollten nicht mehr existieren, aber einfach für mich persönlich. Verstehe ich total. Kann ich auch nachvollziehen. Muss jeder selber für sich entscheiden. Einer hat mich so ein bisschen daran, wie ich, also wie man selber als Hip-Hop Freak dann war und gesagt hat, oh nein, der hat jetzt quasi hier irgendwas gemacht und deswegen höre ich den nicht mehr. Ist auch okay, finde ich, kann man auch machen, aber was, weißt du, auch das finde ich in irgendeiner Form tatsächlich scheinheilig, weil du hörst mit Sicherheit trotzdem Künstler, wo du gar nicht weißt, ob die nicht auch mega Dreck am Stecken haben. Das finde ich halt schwierig, weil am Ende muss ich sie da selber entscheiden. Ich kann darüber nicht richten, aber ich finde das so, ich finde scheinheilig bei ein paar Leuten, denen wirft man Dinge vor, bei ein paar anderen Leuten macht man sich gar nicht die Mühe, denen was vorzuwerfen, obwohl die möglicherweise auch Dreck am Stecken haben, aber das würde dann irgendein Bild zerstören und deswegen macht man es nicht und das finde ich irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Klar, aber ich meine, das ist ja immer noch ein anderer Job, also es ist jetzt ja nicht unbedingt mein Job, sag ich mal, das von allen nochmal nachzurecherchieren und mit Sicherheit auch gerade, wenn ich französischsprachigen Rap höre, dann achte ich auch nicht hundertproch auf die Texte und ich höre Musik immer noch auch hauptsächlich wegen der Songs, wegen der Sounds und ja, aber manchmal sind halt einfach Texte dabei, wo ich denke, ah schade, da ist so ein bisschen eins drüber, deswegen kann ich es mir nicht mehr anhören. Ey, kann ich total nachvollziehen und wie gesagt, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also für mich persönlich ist zum Beispiel der Vibe und die Emotionen wichtig, weißt du? Kann ich die Texte mit meinem persönlichen Leben immer übereinbringen? Sehr wahrscheinlich nicht, weil es ist ja auch logisch, da müssten ja mein Leben leben, geht ja gar nicht. Und Ralf hat das super auch gesagt, durch die Form von Rap erfährt man ja erst, wie es anderen Leuten auch geht, was die durchlebt haben und so weiter und so fort. Und das ist ja dann schon irgendwie das Spannende und Interessante. Ich bin zum Beispiel als Konsument habe ich unfassbar viel amerikanischen Rap und mir macht das dann total Spaß und darüber kann man mit Sicherheit streiten zum Beispiel, aber mich interessieren dann die Wurzeln, warum rappt ein Eminem das, was er da rappt? Und dann bin ich zum Beispiel letztes Jahr nach Dietwood geflogen und war dann da auch in der Dresden Street, wo du dann auch irgendwie mal komisch angeguckt wirst. Und das mit Sicherheit auch nicht so unfährlich ist. Also das ist ein gefährliches Viertel? Total. Und es gibt Leute, die würden dann vielleicht sagen Ghetto-Tourismus und so. Für mich ist das gar kein Ghetto-Tourismus. Ich möchte wissen, warum der das rappt und wo der herkommt. Das ist dann für mich so, ich mag diese Kultur und liebe die so sehr, dass ich das gerne wissen möchte. Und ja gut, weißt du, rein theoretisch kann auch hier einmal durch Kreuzberg laufen und werde vom Auto überfahren. Also passieren kann ja überall was. Aber mir macht das dann Spaß und ich finde das wichtig, weil nur dann kannst du Zusammenhänge verstehen. Und die spannende Frage ist doch, warum rappen denn Rapper das? Dann lieber in den Austausch gehen und die Unterhaltung darüber führen. Finde ich viel wichtiger, als die abzustempeln, in eine Ecke zu drängen. Weißt du, weil wenn du die ganze Zeit in einem Klassenraum sagst, ey Peter, du baust dir Scheiße und du kannst ihn fünfmal quasi an Pranger stellen. Beim sechsten Mal sagt er sich, ey, ich bin ja eh schon der Abgestempelte. Dann kann ich jetzt auch Scheiße bauen. Unterhalte dich doch. Warum, wieso, weshalb, was sind die Gründe und versuch daran zu arbeiten. Aber das ist natürlich der viel schwieriger Weg, als jemanden einfach abzustempeln. Voll, ich meine, da sind halt super viele Punkte. Also dieses Abstempel, dieses selbst zum Klischee werden, einfach aus Trotz und so weiter. Aber man hat natürlich auch, wenn wir jetzt einfach mal 187 als Beispiel nehmen, die haben ja per se eigentlich keine Interviews groß gegeben. Also dieser Austausch fand da ja nie statt, was ja auch cool ist und so. Aber ich meine, ich will nur einfach zeigen, so manchmal ist es ja auch schwierig und ich persönlich könnte es ja auch keinen von denen anrufen und mal mit denen quatschen oder so. Also ich finde, manchmal ist es auch nicht so einfach. Auch da finde ich, die Jungs waren ja zum Beispiel mal immer bereit, Interviews zu geben. Aber als sie bereit waren, Interviews zu geben, waren die Hip-Hop-Journalisten nicht bereit. Weißt du warum? Ach, die Zahlen. Die Zahlen sind noch nicht so. Und ich finde, das ist ja ein super Beispiel für möglicherweise unsere Nachwuchsarbeit, wenn man es mal so nimmt. Ich kann das alles verstehen, dass man natürlich zahlengetrieben ist, als Hip-Hop-Medienunternehmen, so weiter und so fort, wenn man davon lebt und das wahrscheinlich auch nicht ein Multimillionär davon wird. Das kann ich alles nachvollziehen. aber gleichzeitig hat natürlich Pluskombination der sozialen Medien, hat man da selber so einen eigenen Nachwuchs verschlafen. Das heißt, die entsprechenden Menschen hätten die Chance gehabt, mit 187 über sowas zu sprechen, aber sie wurden verschmäht, mehr oder weniger. Man wollte das nicht. Und dass dann irgendwann daraus wird, dass die Jungs sagen, warum? Und dank sozialen Medien brauchen wir das auch alles nicht. Also sorry, irgendwie auch selber schuld. Also ich kann da die Jungs erstmal tatsächlich nur verteidigen, auch wenn ich heutzutage ja gar nicht weiter mit denen arbeite. Ich habe jetzt gar kein Adresse daran, die grundsätzlich zu verteidigen, aber mein Gerechtigkeitssinn, mein persönlicher Gerechtigkeitssinn, der die Messlatte macht, für jeden woanders liegen, sagt mir, dass es, wenn man es ganz differenziert betrachtet und allumfänglich betrachtet, hätte man den Austausch mit den Jungs haben können, aber man wollte es nicht. Schwierig. Ja, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich dachte, das wäre von Anfang an deren Strategie. Nein, überhaupt nicht. Es gibt da irgendein 16 Bars Ding von 2008 oder 2009 oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich glaube, die Jungs hätten sich damals gefreut über so eine Plattform. Die haben sie aber nicht bekommen. Gut. Ich würde langsam gen Ende kommen. Noch zwei Sachen ansprechen. Einmal fand ich sehr interessant und in einem anderen Interview sagst du, dass man, also deine persönliche Erfahrung niemals mit bestehenden Freunden Business machen sollte, aber das aus Business-Freundschaften entstehen kann. Da stehst du auch immer noch hinter. Total. Absolut. Meine persönliche Erfahrung ist das halt, was wenn man mit Freunden ein Business macht, geht es ab irgendeinem Punkt schief, weil einfach emotionale Erwartungen einfach eine ganz andere ist. So nach dem Motto, ja, aber ich dachte, wir sind befreundet. Wie kannst du mich denn jetzt hier hängen lassen oder wie kannst du das denn jetzt ernsthaft fordern? So egal von wem, wie was kommt. Während, wenn du natürlich einfach geschäftlich aktiv bist, hast du ja schon die härtesten Fronten, lernst du ja kennen. Das Einzige, was dann quasi dazukommt, sind die positiven Emotionen. Und meine Erfahrung ist, dass das wiederum gut klappt. Die anderen Sachen haben nicht gut geklappt. Und irgendwie gibt es ja auch dieses Sprichwort, mach mit Freunden keine Geschäfte. Gibt es das? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Ich muss mir mal nachgoogeln. Googlen wir mal. Aber ja, ich glaube, dass irgendwie in so eine Richtung gibt es das. Und gibt es was, wo du besonders stolz drauf bist? Also ich meine zum Beispiel ein, ich glaube 1,5 Millionen Deal war es dann zum Beispiel mit Mert. Ist das sowas irgendwie, wo man denkt, das ist jetzt der Höhepunkt oder so? Oder wie ist das bei dir? Auf gar keinen Fall. Also erstens finde ich, ich finde diesen Begriff Stolz richtig scheiße sogar. Ich finde Stolz ist immer die Krücke der Unsicheren. Ich mag Stolz nicht, wozu? So und ich weiß ja, jeden Morgen, wo du wieder aufwachst, ist eh ein neuer Tag und du musst dich eh neu beweisen. Also was zählt die Leistung von gestern? So, das ist meine Meinung so. Und nö, da bin ich nicht stolz drauf. Ich bin froh und glücklich, dass ich für mich selbst in den Spiegel gucken kann. Und dass ich für mich zumindest, ey, das mögen andere Menschen anders empfinden, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich soweit gerade bin. Und dass ich auch keinen verarsche oder verkackeiere und dass ich keinem unnötig Hoffnung mache oder was auch immer. Da bin ich froh drüber. Und ansonsten, ey, ansonsten heißt es tatsächlich, einfach jeden Tag neu weitermachen. Okay, dann würde ich jetzt noch zu den beiden abschließenden Fragen kommen. Hast du auch einmal gerade schon eigentlich viel zugesagt. Was wünschst du dir denn für Hip-Hop? Ich wünsche mir tatsächlich für Hip-Hop, dass wir noch mehr zusammenwachsen, noch mehr zusammenhalten und der Gesellschaft noch mehr in den Hintern treten tatsächlich. So und einfach noch mehr in den Spiegel sind und immer weiter verwurzelt werden in dieser Gesellschaft. Das wünsche ich mir und ich glaube, das wird aber auch passieren. Also wenn jemand wie ich dann wahrscheinlich Anfang 50 ist, also von der Generation her. Dann denn wirklich? Nee, dann wird das glaube ich so sein. Also noch merkt man ja diese Vorbehalte von irgendwelchen großen Firmen mit Ah nein, Rap und wenn also ein Vorstand von irgendeiner großen Firma einfach mit 55 sagt, ja, meine Tochter oder mein Sohn hört zwar Rap, aber so, die sind halt damit nicht aufgewachsen. Aber ich glaube, wenn so eine Max Möns, ist das dieser Welt. Ich, wenn so unsere Generation das dementsprechende Alter hat, dann ist wahrscheinlich schon so eine Generation nachgewachsen, für die Hip-Hop-Kultur so selbstverständlich ist, dass es einfach so tief verwurzelt ist. Das wünsche ich mir. Und was wünschst du dir für dich? Irgendwann inneren Frieden und Ruhe. Nein, es klingt salopp, aber tatsächlich noch ist man sehr getrieben und sehr, hat einen großen Antrieb. Aber ich freue mich tatsächlich auch irgendwann und wenn es in 25 Jahren oder 30 Jahren ist, den Moment zu haben, auch der inneren Ruhe und glücklich mit seiner Familie Zeit zu verbringen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann wärst du das von mir. Von mir auch. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war Label-Chef und Manager Patrick Thiede zu Gast bei Thema Takt, der ganz offen gesprochen hat und mich dabei auch viel zum Nachdenken angeregt hat. Alleine, dass er die Frage nach den Fehlern in seiner Karriere damit beantwortet, dass er etwas gar nicht als Fehler ansieht, solange man jemandem nicht absichtlich schaden möchte. Die Angst vor Fehlern hemmt, glaube ich, ganz viele von uns. Und diese Angst lähmt uns dann, das zu tun, was wir gerne tun würden. Zu tun, was wir für richtig halten. Patrick hätte damals sagen können, mir macht das Managen zwar mehr Spaß als alles andere, was ich beruflich mache, aber vielleicht kriege ich das gar nicht hin, deswegen lasse ich es. Hätte er Karate Andi und andere nicht gemanagt, wäre er nicht ins kalte Wasser gesprungen und wäre er seine Karriere total verkrampft und ernst statt locker und sportlich angegangen, hätte er es nicht dahin geschafft, wo er jetzt ist. Aber diese Angst vor Fehlern verunsichert oder lähmt uns auch bei Dingen, die viel größer sind als wir selbst und unsere Karrieren. Vorgestern, also am Montag, habe ich auf Instagram die Hashtags TheShowMustBePaused und BlackoutTuesday gesehen. Und, dass Musiklabels in den USA an diesem Tag nicht arbeiten wollen, sondern Lösungen für die Gesellschaft finden wollen. Eine Gesellschaft, in der momentan weiße Menschen, schwarze Menschen diskriminieren und sogar töten. Breonna Taylor, Armut Arbery, George Floyd, um nur drei Namen von Menschen zu nennen, die von Polizisten getötet wurden. Diskriminierung und Polizeigewalt gibt es natürlich nicht nur in den USA. Denken wir an Adam Arbery in Frankreich oder Uri Jalloh in Deutschland. Deswegen war ich mir am Montag unsicher, ob ich diese Folge wie geplant am Dienstag veröffentlichen soll und das mit dem Hashtag BlackoutTuesday begründen soll. Warum habe ich darüber überhaupt nachgedacht? Am Montag wirkt es auf mich so, als wenn sich ausschließlich die amerikanische Musikindustrie daran beteiligen würde. Ich habe dann ein paar Leute aus der Musikindustrie hier angeschrieben, wie sie das handeln, auch in der Hoffnung, dass ich da vielleicht was anstoßen könnte. Das Feedback war aber auch da unsicher, ob sich die Musikindustrie in Deutschland am BlackoutTuesday beteiligt. Patrick hat mich aber bestärkt und gemeint, dass er die Folge auch lieber am Mittwoch rausbringen möchte. Um meine Unsicherheit mal runterzubrechen, ich wollte nicht der Einzige sein, der in Deutschland was zum BlackoutTuesday postet, quasi als wenn man alleine mit seinem Schild auf einer Demo ist und ich wollte nicht so wirken, als wenn ich mich einem amerikanischen Movement anschließe, und mich selbst und das Verschieben einer Folge für super wichtig halte. Mittlerweile weiß ich, was ich vorgestern gedacht habe, ist totaler Quatsch. Erstens, wenn ich der Einzige gewesen wäre, ja und? Besser als keiner. Zweitens, im Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt sollten Ländergrenzen keine Rolle spielen. Wenn wir supporten können, dann müssen wir supporten. Und gestern haben auch viele supportet oder zumindest eine schwarze Kachel zum Hashtag BlackoutTuesday in den Feed gepostet. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mein Feed war komplett schwarz. Ich hätte nie gedacht, dass sich auch nur annähernd so viele Leute solidarisieren würden. Ich habe die Hoffnung, dass ein größerer Teil unserer Gesellschaft Rassismus jetzt ernst nimmt, aber das Posten eines schwarzen Bildes kann noch nicht wirklich was verändern. Und sobald es über das hinausgeht, sobald Leute sich wirklich positionieren und ganze Sätze statt Hashtag BlackoutTuesday schreiben sollen, kommt bei vielen weißen Menschen wieder die Angst vor Fehlern, die hier aber als feige Ausrede dient. Zu sagen, ich bin weiß, ich habe ja keine Ahnung von Rassismus, deswegen will ich mich da gar nicht äußern und will dir auch nichts Falsches sagen, ist Bullshit. Gerade wenn du, so wie ich, weiß bist, solltest du dich informieren in deinem Freundeskreis, auf Social Media, folg Black and People of Color wie Polyana Baumgarten, Aminata Touré oder Malcolm O'Hanway. Unterschreib Petitionen, lies oder hör Bücher, zum Beispiel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Haasters. Geh auf die Straße, demonstriere, geh bei Diskriminierung dazwischen und wenn du kannst, spende an Organisationen wie Each One Teach One oder die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland bunt. Unsicherheit ist völlig normal. Auch Leute, die sich auf Twitter oder Instagram politisch äußern und das schon lange, wünschen sich Feedback und freuen sich, wenn ihr einfach kurz schreibt, ich find's krass, was du machst, weiter so. Das gibt Sicherheit, Kraft und Hoffnung. Ich danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wilinski. Links zu allen Organisationen und Leuten, die ich gerade genannt habe, findet ihr auf thematakt.de. Supportet sie. Wenn ich sage, Black Lives Matter, do you say, Black Lives Matter? Black Lives Matter! Black Lives Matter! George Floyd! George Floyd! George Floyd! George Floyd! What keeps me going is the fact that this cannot be over, my fight cannot be over until racism is. And if you really want to change something, And if you really want to change something, you have to fight for it. Amen. Judith Godf Soleil,